Ja, läuft schon, aber wir sagen euch dann nur, wenn ihr starten solltet. Ja, wir sind wieder da. Ich wollte euch einfach nur ein bisschen teilhaben, wie die Kulisse hier ist. Habt ihr gesehen, ganz viele Crewmitglieder und Judges haben sich hier nochmal besprochen, ein bisschen was. Wir mussten auch erstmal suchen, wer auf dem Stream wollte. Manche wollten nicht, aber morgen werden nur noch die Top Tables auf dem Stream. Wir haben uns ausgesucht, der André Spiekermann, auch Bewerber von Team Deutschland. Gegen den Stefan Hübner. Ich hab den Stefan noch nicht gesehen. Hast du den Stefan schon gesehen? Aber, wer auf Platz 15 oder 16 ist, der hat auch 2-1. Oder haben die auch noch 3-0 schon? Die haben, glaube ich, 3-0 noch, oder? Die sind vor Marius. Marius hat ja 3-0 beide. Der André Spiekermann spielt Korn und der Stefan Hübner spielt OBR. Ja, wir wollten eigentlich ein anderes Spiel zeigen, aber der wollte, wie gesagt, nicht auf dem Stream. Wir wollten eigentlich IDK mal sehen, aber haben wir nicht gesehen. Ja, Basti gegen Timo wollten, aber Manu hat gesagt, der kommt vielleicht morgen wieder, der Basti. Aber wie gesagt, morgen kommen die Top Tables auf dem Stream. Gibt es auch keine Ausrede dann. Willst du kurz in die Listen schauen, oder? Glaubst du, dass eindeutig Haie gegen OBR... Ja, alles klar. Ne, big walk gegen IDK. Ja. Ja. Hörst du was? Mikko? Hörst du was? Ob du was hörst? Hör nix. Hör nix. Wie soll ich den sonst laden? Jetzt höre ich was. Ja. Diegnos. Wie soll ich den schaffenden? Ja. Sie haben doch nicht mal. Ja. Wir sollen es sehen. Danke. Ja, ich bin schlecht. Sorry. Ich bin schlecht. Wir hören euch nur. Ja, wo sind denn die anderen von der Dice-Diele? Außer Patrick ist es noch da? Ja, der ist der Patrick. Ja, Patrick. Aber auf sein Ding. Wo ist denn Biggie? Ach so. Ah, süß. Ja, das ist der Patrick. Ja, das ist der Patrick. Ja. 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 Ach, daneben das. Habt ihr einen Giveaway überlegt? Nein. Okay. Die wir haben. Ja, hol mal was. Ja. Das ist der Patrick. 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 Ja. Aber ich glaube, der André weiß, was man gegen OBR macht. Also, der ist früher gut. Ja. Nein, das war nicht meins. Das war nicht meins. Also, wir haben gegen André schon selber gespielt. Netter Zeitkollege auch. Und sehr gut. Ja. Sehr ruhiger Mensch. Sehr super. Habe ich ihm auch jetzt gesagt, wo Team Deutschland ist. So, Korn ist ja richtig sein Ding. Er hat auch der Quayford gespielt, aber da war er nicht so drin. Aber Korn ist jetzt seine Hauptarmee. Ja, war auch gut. Ich würde auch gerne gegen den Stefan was sagen, aber... Kennen wir ihn nicht. Ich hab ihn schon mal gesehen, als er sich umbekannt hat. Manu, wir hören dich nicht. Du hast alles umsonst gesagt. Die ganze... Die ganze... Darfst du noch mal sagen. Ich hab alles umsonst gesagt. Ich fussel mir hier ein... Na, ist ja ganz gut. Jetzt bin ich richtig fit. Also, André, sehr sympathischer Mensch. Aber die ganzen... Ja, ich sag die Listen gleich noch mal alles. Ähm, ich hab schon die Listen komplett gesagt. Aber ich sag's natürlich noch mal. Mach ich natürlich gerne für euch. Ähm, erstmal, André hat euch gegrüßt. An die Community. Schönen Grußes von ihm soll ich euch bestellen. An alle, die ihn kennen. Kommen wir noch mal zu André. Sehr angenehmer Spieler. Ich hab schon gegen ihn gespielt. Macht sehr viel Spaß. Sehr ruhiger Mensch. Sehr sympathisch. Ähm... Ja, du hast auch schon gegen ihn gespielt mit Korn. Korn ist auf jeden Fall sein... Ja, ich hab nicht gegen Korn gespielt, aber wir haben ja gegen ihn gespielt. Er war aber Anfänger. Und er hat einen riesen Schritt gemacht. Und wie gesagt, Korn ist bei der Aufnahme. Ja, find ich auch. Hat auch eine sehr starke Serie grad. Also... Stefan? Ja, schauen wir mal. Ähm... Was müssen wir mal beobachten. Stefan? Hab ich schon mal gesehen. Spielerisch leider noch gar nicht. Gegen ihn gespielt hab ich auch noch nicht. Sehr entfahrend. Ich bin jetzt super interessant, wie er sich macht. Ähm... Du hast auch noch nicht gegengespielt, ne? Ich hab mich schon mal gesehen auf dem Turnier. Ähm... Ich hab mich schon mal gesehen, aber noch nicht später. Wir könnten noch mal gucken, wie er gespielt hat. Da können wir wenigstens ein bisschen was sagen. Vielleicht... Ja. Ähm... Fuchstuch? Ne, ich guck jetzt erstmal kurz die Listen durch, damit wir das nochmal... Ach, ich gucke mal schnell. Der Stefan Hübnorm. Ach, kann man sogar eingeben. Hart gegen Patrick Schneider. Kennst du ihn? 13-7. Ich weiß noch nicht, was er gespielt hat. Ja, der ist nicht schlecht. Beast of Chaos Spieler. Und... Die erste Runde... Gegen Flo. Jawohl, gegen unseren Flo. Ja, gegen unseren Flo. Dann kommen wir noch mal zu den Listen. Also, der Stefan spielt aus der Vortimivers. 0 Milliarden. Spellcasting 7. Triumph Inspired. Als General hat er den Boneshaper mit Divisionary Tactics. Und Empower and Treat Weapon als Spell. Divisionary Tactics ist natürlich minus 3 to charge and hold in 12 um den General. Dann spielt er einen Ossi-Factor mit dem Artefakt Kartusche. Als Spell hat er den Blizzard. Katakross Leech Coverloss. Als Battleline hat er Deathriders 5. Mordegard, Mordegard als 10er Trupps und ein Harvester. Und ein 4er Morgas Archite. 19,90 Punkte. Hat er das Aetherian Acolytes Battalion und natürlich ein Battle Regiment. Ne, deins. Der gute André spielt Blades of Cornen mit dem Sky Find Tribe. Er hat den Triumph Bloodthirsty und die Grand Strategy Overshadow. Ein Slaughter Priest mit 2 Prayers. Also, deswegen hat er das Enhancement Prayer genommen. Blood Sacrifice Killer Instinct. Noch ein Slaughter Priest mit Blond's Flash in Killer Instinct. Ska Brand. Blood Secrator mit Null Stone. Pouch of Null Dust. Blood Stoker. Bloodthirster of Unfaired Fury als General. Command Raid Fireblade als Artefakt. Argaard bei Kings of Blade. Als Breyer hat er Bloodline und Anaholy Flames. Dann spielt er 2x5 Flashhounds. 10 Blood Warriors. 10 Sky Reapers, die sehr sehr stark ist mit seiner Sub-Faction. 6 Furies. Er spielt ein Battle Regiment und natürlich ein Command Entourage Magnificent. 990 Punkte. 137 Leben. Und ein 4er Drop. Das waren die Listen. So der Herr, was haben wir denn Schönes? So. Wir haben ja gesagt, wir müssen nur noch machen, was für die Leute sich was. Wir haben hier 5 Sachen. Eine Sache kann sich der Gewinner aussuchen. Was machen wir mal noch? 990 Punkte. hier hier weiß ich nicht ich hole mal einen Elon, der soll es mal sagen der Elon redet gerade mit dem großen Chef, ich glaube der Elon kommt, der leider erkocht kommt hmmm, was nehmen wir mach doch einfach Hashtag, ist wahrscheinlich egal nee, warte mal, ich überlege gerade was Gute Frage, ich muss mal kurz überlegen mach doch mal kurz Wiko, vielleicht kann ich weiß, dass wir dabei mal sprechen wir kommen gleich wieder Ok, das Gewinnspiel läuft so Wir haben uns was ausgesucht und zwar wie viel Blattzeitpunkte hat der André Anfang Runde 3 Ihr könnt jetzt, ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit Nein, warte, ihr habt 3 Minuten Zeit das hinzuschreiben Welche Zahl das ist, die schreibe ich mir auf und dann, wenn wir mehrere Gewinner haben wird natürlich ausgewürfelt So, wir haben einmal von Barone Dice die untoten Würfel Sehr schön Ihr könnt euch eine Sache aussuchen Ist das Beast of Chaos? Ne, Chaos, irgendwas mit Chaos Einmal die Chaos Würfel von Barone of Dice Von Barone of Dice die IDK Kraken Würfel Oder der Artboy Big Boss Oder Anfang Runde 3 Wie gesagt, wie viel Beschwürungspotpoints hat der Kollege André Anfang der dritten Runde Wir schreiben uns das auf Ihr habt jetzt nochmal 3 Minuten Oder Oder Duknak 15 ist glaube ich Ich glaube 15 ist nicht richtig Also, wie kriegt man einen Platteidpunkt Einen Platteidpunkt bekommt man Wenn eine Unit stirbt Kriegt der André einen Platteidpunkt Er kann aber welche ausgeben Leute, ihr habt 8 Das heißt, er gibt keine aus Überlegt euch das Aber wir lassen das jetzt mal so stehen Weil wir haben ja nur eine Ton Genau Er kann ja welche ausgeben Das heißt, wenn wir angenommen Er würde 8 kriegen Kann aber welche ausgeben Und Anfang Runde 3 Gucken wir, wie viele Blattheim-Polz Und wenn er gleich daran Dann wird es gewürfelt Genau Da jetzt alle schon sehr sehr hoch Gemacht haben Mache ich jetzt einen Strich Und ab dann zählt der Ab jetzt zählen die Abstimmungen Ihr könnt das jetzt eingeben Malek 4 Titi 4 Matayari sagt 0 Russia Sagt 3 BigHackle Sagt 2 Der Rainbird Sagt Wie viel? Rainbird Sagt 3 Waluf Sagt 5 Martin Hallo Martin 4 Tom Sagt 2 Kaka Grute 5 Trickson Du kannst es mir auch mal sagen Wenn ich jetzt 2 Zain Trox Sagt Wie viel? 1 1 Dann JY 3 Äh 4 MI 9 3 1 3 Huppi 3 Lord Patrick Oh Patti Lord Patrick Machst du das? 3 Nabu 4 4 Hel Dorado Du musst da auf 84 entscheiden 4 Wie 84 Micha BK 84 Den hab ich noch nicht Gut dass du aufgepasst hast Micha BK 84 Hat 3 Firefest 2 2 Bolle 92 4 Es läuft noch 1 Minute 15 kann man abgeben Der noch nicht abgegeben hat Äh Hierony Mast Mast 85 2 2 Und schick Kopf 5 So Gehst du runter? Ne warte es sind noch 55 Sekunden Falls noch jemand Anfang Runde 3 Wo ist denn das Bild hin? Ist das so komisch? Noch 29 Sekunden Der Full 5 Sagt 1 20 Sekunden Haben wir noch einen? Duknak 4 Ja Duknak 4 Wie gesagt Gleichstand Wird gerollt Ja 3 2 1 Und Schluss Gut Ist alles aufgeschrieben So Schließen wir Machen wir Danke für die Teilnahme Wie gesagt Wir werden das Anfang dritter Runde Dürfen wir nicht vergessen Ne Wir werden wir gucken Du musst aufpassen Das musst du merken Sonst haben wir ein großes Problem Jetzt müssen wir ein neues Spiel machen Oh das ist so scheiße Warte kurz Handschlag Warte kurz Was geht's denn? Ich los Ja Let's go Das Spiel geht los André hat den ersten Turn Rheinmeters Große Frage Bei dem Battleplan Auch OBR Wird da hinten reingedrückt André macht jetzt Bestimmt eine 5er Runde Schreib's nochmal auf Ja das geht noch weg Da hab ich ein riesen Problem Du kannst ein bisschen was erzählen Ja Du kannst das Spiel einfach kommentieren Oh hat ein Zeppchen geklaut Uh So round So round hat er nicht gekriegt kommt mit Blatt 6 für Feis B3 Mortals auf Blatt Förster eine sehr gut Soll ich dir was sagen? Das hat Tobi alle vergessen die 5 Awards Ja, aber ein 5 Award ist doch besser wie Leider Hugh Hammer ist leider zu spät aber morgen gibt es noch ein Gewinnspiel Ja, morgen im Nach- oder mit dem Final Table gibt es noch ein Gewinnspiel ein bisschen größeres aber nochmal Danke an Games Island und Mini Paradise dass das zur Verfügung gestellt wird Kassner Tafel hat wieder zugeschlagen Der Kassner Tafel Ist doch was aufgeschrieben So So Vielen Dank. Vielen Dank. Wie schnell geht die erste Runde. Ja, Auto-16 von Blood First auf die Harpchen. Für Surround and Destroy hat er genommen. Ja, war gut. Hat er schon vorher ausgemessen? Also gibt es auch keine Diskussion? Ne. Macht das sehr gut. Da wird aber nochmal schnell in der App geschaut, ob die auch so viele Move haben. Ja, ist in Ordnung. So wird es gemacht. Vielleicht schauen wir uns auf der Seite. Aber die Modelle habe ich auch noch nicht gesehen. Was gab man? Ja, was hättest du? Welches Ding ist paugelisiert? Ich schätze mal vor. Ist ein bisschen paugelisiert. Definitiv. Bei OBR müssen wir ja wiederkommen. Ein bisschen genürzt. Glaubst du, 10 Morteck gab und Harp ist da lustig? Also ich glaube es auch nicht. Ja, aber trotzdem drei Siege. Ich merke ja immer selber, bei 20 bin ich schon überlegen, ob die Worte haben es der Spiele. Wenn ich mal spiele, spiele ich ja drei. Ich kann auch nur mal nicht. Drei gegeben und manchmal fünf oder sechs Worte. Ja. Aber es geht anscheinend trotzdem breit. Drei Siege. Aktuell merkt man halt, dass OBR immer noch gut ist, auch mit zehn, zwei mal zehn Morteck hat. Stimmt, passt nicht wieder. Was ist los? Hört ihr euch jetzt besser? Ja, manchmal mache ich das Mikro weg, weil ich denke, ich schnaufe oder so. Aber danke. Nee, zu laut bist du nicht bei dir. Das regle ich dann schon. Der Schnaufen? Nee, die Lautstärke mein. Aber danke nochmal. Ja. André spielt sehr passiv auf drei Ziele. Eins, zwei, fünf. Ja, warum soll der auf den Klan? Genau. Warum soll er nach vorne? Also zu spieren. Auch wenn er da mit fristen war zu erwarten. Macht alles zu, kriegt fünf Punkte, munter waschen, nächste Runde abwarten, was kommt. Ich glaube, der OBR-Spieler wird dann die Battle-Taktik mit dem Reiter machen, vielleicht. Also irgendwo rein, wo es nicht so weh tut. Wo nicht die ... Ja, da zum Beispiel. Oder ... was denkst du? also ich könnte nicht ich könnte nicht spielen und was lesen da bin ich zu alt für warum? hier konzentriert sich und liest ein paar Fähigkeiten durch da macht es genau richtig, es passiert doch gar nichts ja, ist gut nachher kannst du das nicht mehr machen im Nahkampf er lässt sich die Fähigkeiten nicht macht Stefan das sehr gut hat sich ein bisschen was an Regeln durchgelesen ist da hinten schon ein Haie im Nahkampf Paddy mit den einen gleich vor Kopf ja die Kuhle sind die Kuhle sind die Kuhle sind bei den Haien nicht die Haie bei den Kuhlen wichtiger wäre auch ob er an der Schildkröte da hinten dran ist wichtiger ist aber ob er an der Schildkröte dran ist aber ich glaube er hat den gesqueen den Haie als Zwing genommen und eine Schildkröte könnte 36 Schaden machen könnte mit Schuss könnte und King rein Smash King ja vielleicht leben wir ja morgen mal guckst du mal warte jetzt schreiben die wollten nicht also ein Spieler wollte nicht auf dem Stream aber morgen wird er als Team ausreden können weil Top Table Leider wollte der Facts Spieler nicht auf Stream obwohl er eigentlich keine Nachteile hat er hört ja nichts über uns aber er wollte nicht ab morgen gibt es Zeit da ist in die Final Tables da gibt es natürlich dann keine Ausreden mehr 5er Runde Manu ja 5er Runde von André 5 Primal Dice 3 3 4 5 4 5 6 also die 4 6 1 1 Hm. Jetzt soll ich dir mal was sagen, was ich machen würde an deiner Stelle. Wieviel haben die Move? Zehn und wenn du mehr, mehr Move haben, dreizehn. Und kannst du noch Rennen sechs machen? Nein. Rennen kannst du noch. Ja. Ja. Ja, der Fighters mit dem Schaden. Ja, und dreizehn noch im Kommenzeit. Ja, ich kann sein wollen. Ja. Ganz mal hinten. Sepir General kommt. Ja. Cutter Cross Bubble ist angegangen. Morgen ist er in der Attacke mehr. Das geht nicht. Das geht nicht. Der Leech hat das gemacht. Nein, der Kleine. Ja. Vielleicht hat er große Gas gebt wie an der Attacke mehr. Hat er das gesagt gerade? Ja, aber falsch gesagt hat er Leech hat das gemacht. Hat er einen Free CP es passt. Hat er aber auch so gesagt. Ne, 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 ne. Ja, ne, 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 ne. Ja, ne, 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 ne. Ja, ne, 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 ne. Nimm jetzt einen Hit auf die Skyreapers von Katakross. Kommen wir zum Zaubern. Warum keine Primal Dice? Wir haben Primal Dice. Achso, er hat einen 1 drin. Oh, habe ich nicht gesehen. Passt. Er hat gebannt mit 2 Brunnel Dice, aber gekostet, dass er einen 1 gewöffelt hat. Lass ich mal ganz ehrlich sagen, hätte er auch machen können auf Primal Mistcast. Hätte doch eh Katakross wieder voll. Hätte doch auf Primal Mistcast gehen können. Hätte doch eh wieder voll. Ja, aber wollte es vielleicht nicht. Hätte ja, halte ich ja. Nächstes Mal hätten wir auch den schönen Kopf hier machen können. Ah, jetzt könnt ihr entscheiden. Ja, stimmt ja. Bist du müde? Schläfst schon? Ich bin am überlegen, was sie machen. Guck mir grad das Spiel in Ruhe an. Ich überlege, was sie machen, was Stefan vorhat. Achso, André hat ja einen Plattheit. Ja, wir fragen einfach nach Anfang Runde 3. Ja, ich darf mich nicht vergessen. Bei Breaking Head sieht man Chaos Base Marines gegen Sisters, falls sich das jemand interessiert. Auch wieder einer auf dem Streaming Kings of the Hills. Scheint wirklich der beste 48 Club YouTube Kanal zu sein und einer von Hammer und Schild. Grüße nach München. Grüße nach München. Wolle und Dario hätte ich auch gern gesehen. Hm, Miro! Ja. auch frage wie offensiv geht der ob er spieler nach vorne weil alle haben immer die ganzen helden katalog ist ja der heldenkiller wie viel respekt aber er wird jetzt gleich mit vier punkten hinten die einbogen langsorge wird nur vier scoren und er könnte sogar die beträgliche verlängern wenn er die blut und alle die wirtschaftlichkehren wir sind unter das schaut verlängert mit das macht macht er nicht also einmal fünf weiter da lohnt sich schon ein replay zu machen aber kriegt lust ist das 1 die weiter das kann nicht viel cps andere hat zwei glaube ich und das ist interessant die fahre stefan kommittest du auf doppeltörn oder spielst du defensiv und gibst den turn ab falls du gewinnst stefan hat sehr respekt vor skarbon sehr sehr viel respekt aber auch schon wieder sagen super fähre spiele ich habe wieder super fähre spiel also da wird geholfen und sonst was das ist die auslehrt aus kommunikation schluck großes chapeau das ist ein spiel in toby das spiel gegen toby die waren gestern wie gesagt trinken siehst du ich hatte ja ich glaube ich spiel auf doppeltörn pedi ja ich bin denkst du ja ich bin auf doppeltörn aber auch wenn das gab man verliert ja auch wenn das gab man der angst verliert in der nächsten und andere hat drei hartlitter blattförster zehn skype und skype und skype unterschätzen mal alle macht huye ploi um zu schützen links gab an zwei gewürfelt alles gut mann hast du gegen andere gespielt wann war das probier doch das erste mal die die aber man darf nie vergessen dieser move in der hero phase rein das kann so viel kaputt machen ich hoffe das hat stefan vor was ist sein game plan ich glaube andere kann ziemlich entspannt sind nächsten ball auf ja er steht gut ich glaube die archais kommt doch auch nicht ans gab brand dran die archais mit mehr move 13 ja oder höchsten 15 ich weiß ich will haben ich auch glaube 10er sehen kann entspannt abgehen ja ich glaube nicht dass ihr ja klar der tatsch ist noch da aber weiß nicht gucken wir mal heute überlegt ob er beim schuss von shooting vom harvester natürlich ich habe leider stürzt sehr sehr guter bett ich hätte hinten rausgenommen ich hätte hinten rausgenommen Warum? Keine Ahnung, wenn er einen Doppel-Junk kriegt, kann er einen 3-Zoll da rein und sind die gebunden. Ah ne, bitten geht ja nicht bei OBA. Na? Hat er die Cheat in Charge. Ich hab Stefan seine Taktik noch nicht rausgefunden. Ich bin mal gespannt. Was hat er für den Command? Dass die fliegen können. Wer? Wer hat... Wer hat er? Command-Trade. Oh la. Ich lerne noch das OBA-Buch neu. Ja. Hä? Das haben die. Die haben Command-Trade, dann kriegen die fliegen. Mit 6-Zoll-Pile-In. Ich hab die echt schlecht gespielt. Ich hab die echt schlecht gespielt. Ich hab noch 10 davon gehabt. Also na. Also das kannst du nur machen. Du kannst nach dem Ende auf der Faser drüber fliegen. Und das geht aber nur gegen Wunker-Kricks-Duster von 3 oder weniger. Das reicht nicht. Mit 6-Zoll-Pile-In ist halt das gut, ne? Juno. Das war die Cola. Ich hab wieder was gelernt. Juno, Juno. Bin ich schreckt. Oh, er ist wieder. Das ist mir zu riskant. Oh, 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 oh. Wenn er wegnimmt, der macht so viel Schaden. Nicht, nein, das macht André falsch. Meinst du? Weil er hat doch 6-Zoll-Pile-In und kann dann auch woanders hin. Ja, aber dann nimm ich da einen rechts und einen links. Ich glaube, André konzentriert sich auf sein Spiel. Der wird eh mit der Motel. Also wie viel hat Mottels da gemacht? Vier? Von sieben Wörfen, vier Mottels. Stark. Wo will denn der hin? Nur 11. Das ist immer schlecht. Wenn man würfelt und guckt mal, wie er kommt, und man schafft dann auf einmal. Ey, hast du? Das Geilste ist, hier ist das Charge-Table. Wer kurz Charge braucht, ist hier genau richtig. Stefan, warum willst du da rein? Warum willst du da rein? Du verlierst mehr, wie du gewinnst. Warum willst du da rein? Mit einer 10er Morddecker. Wie viel Zoll ist das? 3 Zoll, ne? 6. Habe es doch 6. 6 Zoll. 6. 6. Das ist immer, ich gucke mal, wie ich würfel, und dann kommt nämlich ein Riesenwurf. Das ist nie, nie gut. Meinst du Marius boxst den André hinten rein? Aber Marius hätte jetzt gerne lieber Korn-Garpfisch, glaube ich. Warum? Und was, Zwellig noch? Ey, wir müssen uns mal Nörrel. Hä? Wir müssen uns mal Nörrel wegkriegen. Aber wenn Marius so steht, mit den Schoko-Riegel in den Hand, dann scheint es zu laufen. Tiefenentspannt. Ich glaube, er kann zufrieden sein, aktuell. Ja, 3-0 auch Marius. Respekt. Oh, er geht rein. Oh, um. Ich bleib mal auf, du wolltest immer treiben. Hm? Ich schreib's doch gerne mal. Nee. Ja, ich kann mir was aufschreiben, aber ich weiß ja nicht, ob die ein Video... Äh. Hm. Hm. Das ist auch ein mehr alt, ein Zoller. Kleine Base, wenn er geht. Das ist wie die Echse. Hm? Was machst du? Aber ich glaube, er könnte auch... Wenn er den Mord... Wenn er mit den... Den Reilers darf er die nicht töten. Nee, er muss jetzt Morddeckert anfangen. Nee. Die Morddeckert... Doch, da muss er wegkriegen und dann ist der 6-Zoll-Peil-In noch weiter reinkommen. Ja, aber die eigene Reapers will ja nicht rein. Ja, du kannst aber den kleinen Held da nehmen. Ja, aber das sind glaube ich mehr wie 6. Das sind 6. Ja. Und das fängt an. Morddeckert um. Hat der André vollkommen recht. Warte. Der ist näher da. Der kann ich jetzt einfach da überhaupt heilen. Das funktioniert. Ja. Herric 그래. Der ist es. Der kann ich jetzt eben nicht. Der das irgendwas überacja. ? Das liter mir låge? Und da bin ich? Ja. killed. Ich bin sehr einfach, der Deutsche das und eine sind. Drei Zehn Attacken, hm. Ich glaube, die haben es 6, Manu. Die haben 3 aus 6, das sind Blood Warriors. Ach, das ist ja die Unit, die wir immer Marius empfehlen. Hä? Ist das die Unit, die wir Marius immer empfehlen? Ja. Ja, aber gut gewürfelt. Guter Roll. Guter Roll. Drei Zechner. Schmeckt. Guter Roll. 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 Es ist 2 Mortals zurück. Und 2 toten Blood Warriors. Guter Roll. Guter Roll. Das ist nämlich für den Zauber einer. Normalerweise der Boneschieber, der hat den Zauberer das, ähm, das hat so einen Wundgewicht, ne, der Sammelsen hat er aber nicht dabei, da macht man, macht man ja die, äh, Kriegsmord, ähm, Kriegsmord, Entschuldigung, die Mordegard macht man, ähm, kriegt man eine Verbindung, wenn der Zauber draufkommt. Mordegard. Oh mein Gott, vier Mortals durch die Mordegard. Drei. Und geht nochmal drei, mehr verloren wie gewonnen, wie wir es bereits gesagt hatten. André, überleg mal, wo er aktiviert. Zwei Hunde auf die Pferde, einen in die Mordegard. Wie viele CPs hat Stefan noch? Sein Haushalt ist, hätte ruhig schon ein bisschen mehr ausgeben können, meiner Meinung nach. Rent mehr, das machen. Ja, der machen kann, ja. Oder? Dafür hast du die CPs. Ja. Hat jetzt ein 5er Wort ausgegeben für die, äh, Mordegard. Die Mordegard hat da 5er Wort ausgegeben. Ich hatte noch nichts ausgegeben. Nö. Puh, ich bin gespannt, was André macht. Die Zeit, äh, André hat eine Stunde 8 noch und Stefan hat eine Stunde und 6. Oh, das war auch guter 6er Box. Alter. Der André hat gedacht, wir wären Freunde. Neun sind durch und noch einer, Champions sind 10. Sind sie weg. Komm, sind sie weg, kriege ich den Blutpunkt. Lattei-Poil. Hm? Lattei-Poil. Das ist die Frage, Paddy. Wem bindet er jetzt? Mit den... Wem bindet er mit den Deathriders? Nur den Held? Ich glaube beide. Er spielt beide, aber ich hätte es nicht... Oh, die einen sind zu gut, die hauen auf die Auti die Pferde kaputt, Alter. Ja. Plus eins auf save, vielleicht macht er noch plus eins. Aber wenn er den hier hin stellt. Komm... Vier dran, drei dran. Und den Rest hier hin. Drei dran. Drei. Und den Rest hier hin. Äh, komm drei dran, trotzdem. Ich glaube, man weiß, was das Problem ist, glaube ich. Der Fuey ist weiter wie der... äh, der. Näher. Der letzte hier ist der Fuey näher wie Dieter. Ja, ist doch so. Da muss der runterpeilen. Ja. Der letzte auf... ne, der letzte muss stehen bleiben und die können nur peilen. Ja, aber... Ja. Kann man machen. Die Worte geht. Oh, stark. Oh mein Gott, vier Stück. Drei durch. Da stehen noch zwei. Und jetzt kommt die Spezialwahl von der Truppe geht. Stark. Oh, André muss noch nachgucken. Wolfsgolds. Oh. Ja. Ja. Dann sind sie weg. Wie wir es gesagt haben. Das war... Ne, gar nicht. Jetzt ist auch was schlimm ist. Jetzt ist auch der Platz durch Kataross, oder? Mhm. Drei. Es war kein guter Zug, Stefan. Drei. Warte, da hat jemand geschrieben. Findet ihr den Sound für den ersten Zug, um als erstes Schwierbedingung zu gehen? Ich hab meine... Selbst mit langsamen Armee. Ich finde, Surrounded Destroyer ist bei Armeen. Wo du Magical Dominance nicht machen kannst in erster Weise. Wenn du einen First Tour hast und du bist außerhalb der Bandrate, kannst du Magical Dominance machen. Es gibt viele Fraktionen, wo es sehr passive Battle Tactics gibt. Wie zum Beispiel, äh, Big War, Gobsbuck ein Ziel einnehmen. Für Korn ist, glaube ich, Surrounded Destroyer eine sehr, sehr gute Wahl. Entweder Invaders oder Surrounded Destroyer. Äh, selbst Nurgle ist es sehr interessant, Surrounded Destroyer. Kommt immer auf den Battle Plan an. Welcher Rundfunk? Söp... Ich denkste, André, denkst du, dass er einen nach unten machen muss? Glaube ich nicht. Das übersehen die. Das war... Das hat er den einen Wegst nach unten, äh... was du dir hast gesagt dass ein Pferd nach unten machen musst du ich glaube nicht aber andere hat das eben schon gesagt ist der 9er Block weg da hinten, Schnellkröte lebt der andere ist bei den Wellen hin, der eine Block ist weg der ist nicht weg war nur verdeckt ne, wie du gesagt hast, haben sie nicht erkannt ja, also kannst du gleich aufschreiben andere schreibe ich das auf, der muss das wissen als Team Dings muss er das wissen der eine Pferd hätte nicht da hinfallen dürfen aber wir dürfen nicht reingreifen ins Spiel muss der andere nicht nur selber sehen in welcher Armee spielst du denn Kakadu, dann kann ich dir das nochmal vielleicht sagen ich mag häufig Magical Dominance nicht, wenn ich auf viele Spells verzichten muss wenn du Seraphon spielst äh, find ich die Battle-Taktik zum Beispiel gut mit einer Skink-Einheit ein Ziel, was der Gegner kontrolliert kontrolliert einzunehmen find ich sehr gut für Runde 1 zum Beispiel Crew Boys oder Slave to Darkness Slave to Darkness hat doch noch eine super Battle-Taktik für Runde 1 auf der Tabelle würfelt das ist eine super Battle-Taktik für Runde 1 Crew Boys hat doch auch eine super einfache Battle-Taktik mit dem Gelände einnehmen dass alle Crew Boys Einheiten im Gelände sein müssen das ist eine super Battle-Taktik 4 runter von Stefan Ja Martin, aber wir können es ja auch Manu hat es ja aufgeschrieben das werden wir nachher mal ansprechen, wenn die wollen und Abigas muss dann aufpassen Kakadu, ja hast du recht deswegen spielen auch viele mittlerweile, äh, so 2-3 Units wo du das einfach Surround-Destroy machen kannst oder mit Nachbeschwören am besten aber das hat der jetzt so Roll-Off, Cup Stefan und André hat eine 4 also der hat ein Spiel aufs Doppel-Tür jetzt wollen wir das mal sehen ist der auch bei dir Stefan so leise so jetzt ist die Fallzeit der Fahrer so jetzt ist die Fallzeit der Fahrer doch, 4er Charge nachgemessen, 4er Charge, 4er 7er Charge, 3er Charge, 4er Charge, 4er Charge, 3er Charge, 4er Bereich, 4er Käse, 4er Göte, 4er Dodge, 4er Göte, 4er Ja. Stefan, was machst du? Das ist geil, das Drabat ist auch mal lieber da. Hehehehe. Ich bin, passiert. Ja. Also, drei. Wir haben drei Kornpunkte, also Blutflachteilpunkte. Ja, wir fahren das aber auch gleich nochmal nach. Runde 2, aktuell haben wir drei Kornpunkte. Aber André kann ja noch ausgeben. Hat er den Turn genommen? Stefan nimmt den Turn. Runde 2. Wie findest du, hat Stefan das Gelände gestellt? Ist schon, ist schon gut. Gut. Let it to Madstorm hat er genommen als Battle-Taktik. Ich meine, ich kläre nicht das schon gut. Ja, wir müssen doch Angst haben, dass, ähm... Smasht noch? Ja. Aber, er hat halt den Weg zugebracht, ne? Was halt cool ist, du kannst hier den, 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 den Hater hinstellen. Und jetzt ist das ganz schön gesaved, ne? Ja. Also, ganz ehrlich. Er muss jetzt fast schon voll committen. Er muss mindestens eine Fünferrunde holen jetzt. Für einen Double Turn. Ja, also... Jetzt muss es weh tun, aber... Ich seh's auch nicht. Rally, äh... vom André. 4 plus Rally. Sind zwei wieder da. Und einer wieder. Ist der ganze Schaden verpufft von 10 Morte gerade, Paddy. Ich liebe diese Units. Blood Warriors. Mit 4er Rally. Finde ich auch nicht. Wir machen einfach... Wir machen immer... Mario ist immer heiß, aber er will nicht. Er will nicht. Er möchte nicht. Das Spiel. Lade, ich überred den schon. Keine Sorge. So, ich kann noch mal eine Runde machen. Äh... Wollt ihr irgendeinen Zwischenstand sehen? Nachher... Nach einer Stunde. Dann schreibt's im Chat. Ich würde dann noch mal... Mich auf den Weg machen. Und Mario mal kurz einen einlassen. Das passt schon. Minus ein Hit auf die Skyrippers. Was? Mh-mh. Macht gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Wir haben mit den Andergeiz gegen Mev Melo spielt ja. Der hat ein sehr, sehr schweres Matchup. Ja. Guck ich. Aber wir gucken gerne nach. Ne, du musst da runter gehen. Fünf, fünf. Fünf, fünf. Bei ganz steht es. Runde eins. Fünf, fünf. Bei ganz steht es. Runde eins. Fünf, fünf. Natürlich Weapons kommt. Ist er im Bann Range? Na ja, die Flashhound-Seiten sind nicht im Bann Range. Und der Pro... Kommt nichts. Ah. Müsstig Schild. War Empowered Weapon durch? Empowered Weapon, war das durchgegangen? Empowered Weapon, ist das durchgegangen? Ist nicht durchgegangen. Okay, danke. Nächste Schild ist durch. Wir kommen die Archais. Blatheiz wird ausgegeben. Blatheiz wird ausgegeben. 3-2-Move mit den Blatt-Warriors. Nur bei 2 Blatt-Halt. 1-2-Move mit den Blatt-Warriors. 1-2-Move mit den Blatt-Warriors. Die Mittel zu. Oder gehen sie rüber. Er sichert sie ab, um Missionsziel 5 abzusichern. Und vielleicht den Bait, den Stefan am Anfang gesagt hat, mit der Archaiskabra zu töten, noch ein bisschen abzusichern. das ist glaube ich seine gedankengänge gibt er noch einen aus überlegt er gerade einen platte punkt gibt noch einen aus es gab man bewegt sich 5 zoll ein Vielen Dank. Die Frage ist, wo geht Stefan jetzt rein mit den Archais? Muss man ganz klar überlegen, er hat jetzt einen Doppelturn, er muss machen, er muss auch in der 5er Runde scoren. Ja, Cities und Firesales waren gar nicht gespielt. Cities war ja nur begrenzt erlaubt und Firesales hat sich keiner hier getraut. Was macht Stefan? Ich bin wirklich gespannt. Paddy? Ich glaube, André hat nur noch ein Blattteil, kannst du mal kurz nachhören und die wollen gerne René und Gini nochmal wissen. 51 Ein, ne? Ein, ne? Ja. Aktuell sind wir bei einem Blattteil vom André. Gini führt 5-2. Ein, ne? 1 5-2. Ne? 2 2 3 4 5 Ja, Stefan ist sehr, sehr unentschlossen. Retreat in charge. Für einen CP bei den Deathriders. Harvester, plus 3 Movement. Und will er jetzt in die Skyweepers rein. Er steht 5-5. Aber er hat schon seine zweite Runde. Und Oshiku hat die erste Runde. Und er hat gesagt, er wird richtig weggeklatscht. Er wird richtig weggeklatscht. Er steht 5-5. Er hat aber schon seine zweite Runde gespielt. Jetzt kommt Johannes seine zweite Runde. Und er wird jetzt richtig weggeklatscht. Dann sollten wir vom René ausrichten mit einem Smiley. Andi und Marius wäre doch cool. Wie viel es da steht. Ja, Tugnack gucken wir nach. Ja, Tugnack. Ja, Tugnack. Ja, Tugnack. Ja, Tugnack. Ja, Tugnack. So schnell gehts. So schnell gehts. So schnell gehts. So schnell gehts. Ja. Ähm. Danke Henning. So schnell gehts, Tugnack. Na jetzt? Ja, es kann nutzen. Ich kann nur auf einem Stoingshütten machen. Ich sehe nur vom zweiten Runde. Oshiku ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. er ist mit erfahrung glaube ich einfach mal das geht genau das ist ein guter spezielles stefan ist rausgegangen mit denen wie tweet in charge habe es dann nach vorne andrea hat zwei platteils von gegen platte ist nach oben gelaufen uns gab man fünf zoll in die richtung was gesaved ist stefan ist jetzt die frage mit wo geht er mit den archai hin nicht coverlos nach vorne kohlen rasiert auch haben sie schon gesagt aber schwimmt schwimmt ich glaube ich habe mit das lieber ja Und bei Black Cooper steht es, führt mit einer, hat schon wieder angefangen. Wer? Basti. Ja. Hat er erklärt warum er anfängt. Und Dempo weiß ich nicht. Wolle steht auch ausgeglichen. Bei den anderen weiß ich gar nicht. Oh. Ach Tristan, Tobi. Ich glaube da ist Tobi die Uhr. Der hat die zweite Runde wieder 48 Minuten noch oder so. Aber krass, das Luca. Guck mal unser Luca. Mit Riesen. Wo ist der? Neben Tristan und Tobi. Ja. Ja. Dann Tobelczyk hat sich auch wieder weit nach vorne gekämpft. Ja. Hier, aber hier. Timo überrascht auch wieder. Dafür, dass er so wenig spielt. Auch Vega gegen Samurai. Hab ich ja gar nicht gesehen. Oh und Dings hier. Der Tscheche rasiert mit IDK. Gar nicht so am Leben fast. Wie Hansi. Wie Hansi gesagt hat. Ja weil Hansi die gleiche Liste spielt. Ja. Lukas spielt ja gegen Padawan. Spielt ja gegen Brinkert. Morgen. Ein schönes Spiel. Ja. Alles gut. Danke für das Lob. Ja. Vielen 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 Dank Helm. Helm was. Aber nicht aufgepasst. Wir müssen ein bisschen besser auf das Spiel aufpassen. War noch kurz gut. War noch kurz gut. Wir kommen gleich wieder. Ja. Zehn Sekunden. Ja. Da weißt Du was anderes auch noch. Das ist doch noch ein... Das ist doch noch ein altes Battle-Turm. Dann brauchen wir immer einen Held dafür, für die Sub-Faction. We-Hole, ein CP aufgeben. Auch wieder. Ich glaube, die stehen da. Obwohl, wir haben einen kleinen Held, kommt wieder dran. Stefan. Einmal kommen die Platte, jetzt aber nicht auf den Stream hier. Hat er noch einen Re-Roll? Hat er auch noch einen Re-Roll. Oh mein Gott. Ist das spitter. Was hat er vorher gehabt? 105 oder so. Jetzt müssen wir mal wieder auf... Ich war gerade ein bisschen abwesend im Kopf. Entschuldigung. Also, 5er mit Re-Roll ist super bitter für den Stefan. Er hat jetzt gerade mega Pech. Wollte eigentlich voll in die Skyreapers committen. Er hat auch gehofft auf Strike First. Auf die 8ern haben die nämlich Strike First. Sehr, sehr bitter. Wer ist da rein? Da kommt doch die 11. 11. Jetzt committet er voll rein, ne? Ich glaube, das geht, was er gesagt hat. Er kann ja nicht drehen. Nein, passt nicht durch. Nein, passt nicht durch. Weil hier ist Impassable ab dem... Ja, ich weiß nicht. Weiß er nicht. Mit 4. Wieder nicht. Mit 5 ist auch nicht 4. Er hat einen Re-Roll, ne? Hat er einen Re-Roll? 1. Das sollte er auf keinen Fall machen. Der verliert dadurch das Ziel, ne? Ja, Morteck steht da drauf. Das reicht nicht. 1, 2, 3, 4, 6. Und 6. Hat er gewerbt. Und das eine Pferde steht da drauf. Aufpralltreffer vergessen. Aufpralltreffer. Ja, jetzt läuft er so wieder rum mit dem Zettel. Scheint er gewonnen zu haben bestimmt. Aufpralltreffer vergessen. Sehr gut, der Herr. Tim. 1 gewürfelt beim Stomp. Oh mein Gott. Oh, sehr unkonzentrierte Stefan. Ja, der hat abgeschaltet. Das ist... Oh, oh. Das war unkonzentriert. Aber Paddy. Ja. Er kann doch rauspeilen. Man muss aber mit dem Arkaist anfangen. Ja, kann auch. Ne? Ja. Peilst rum um den Held. Ja. Richtig. Rumpeilen, dann hast du deinen Fehler ein bisschen ausgebügelt. Aber er denkt er nicht dran. Oh, Platzgänger zündet seine Ones per Game. Die Attacke mehr. Ja, zündet jetzt auch. Ja. 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 Weißt du was später ist? Ich spiel es hier auf Platz... ...platz... ...tisch 14 bis auf den 28. Kartusche ist noch drinnen in Range, fehlt bloß ein Wund. Oh, ho, ho! Drei sechsen Gewürfe bei der Arche ist. Alter, Rant-3, 15 Schaden, Alter, die Arche ist mit Rant-3, 3 Damage, das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Gibt es noch plus eine Attacke? Nein, also wenn wir ein drittes Event nächstes Jahr geben, dann wird es zu höchstwahrscheinlich auch wieder ein Hof sein, hier im Hause von Games Island, in einem Ort. Nächstes Mal in der Lanzarena, sehr, sehr gut. Weiterziehen, durch ganz Deutschland ziehen wir. Ich muss ja sagen, Games Island macht ja sehr, sehr viel. Und das ist ja ein Laden dahinter und der hat so viele Mitarbeiter, das können wir gar nicht, Entschuldigung, Unternehmen, da können wir gar nicht auffangen mit Kassel. Aber denk dran, ich glaube, es wird nächstes Jahr noch schneller ausverkauft sein. Mörderwolds? Kommt drauf an, wenn wir ein gutes Feedback gehen vom Turnier, dann wird es glaube ich schneller ausverkauft. Ja, das glaube ich schon. Keine Morte, nimmer was. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Kein Wort. Stefan H. da zählt gerade an sich. Mit der Rausprinke. Ja, Stefan das. Blattpoint. Auf den Punkt. Blattzeitpoint. 3. 1. 1. 2. 1. 3. 2. 1. 4. 4. 5. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. gemacht ist seine entscheidung weil er hätte sonst so viele verloren dann habe es doch bis keinen ja aber dafür weniger skypeed was seine entscheidung vielleicht hat er ja noch mit dem was vor euch deswegen aber er gibt die anscheinend auf 30 attacken meinst du harvester stoppt harvester stoppt oder defense auf den harvester fünft fünft mortels Sehr guter Wurf, ich glaube der Harvester geht. 12 Mal Wurft 1 hat er einen 3er, ne? Der Mann hat einen 3er wegen Kataross, ja. Oh, der Defense hat er gerade eben noch. 3er safe. Ja, hat er gesagt, 3er safe. Oh. Drei Stück und 5 wurde es überlebt. 9 sind es. 6er. 2 Leben überlebt. 2 Leben noch. Der geht mit Mörderroads. So hart wie es klingt glaube ich. Oh Stefan, warum nicht unten? Hat er mit Harvester? Vergessen. Ach du Lieber sind da viele Attacken dazugekommen. Ja. 14 Schaden würde ich auch gerne mal mit Harvester machen. Aber er hat ja 4er Rally. Ja. Muss aber rausgehen. Nimm noch einen raus in 3 Zoll. Macht er sehr gut. Guckt wer ist in 3. damit der nächste Runde wieder für Berlin kann. Nix. Oh, er hat Glück gehabt. Oh, er hat überlebt. Der Harvester. Muss man auch mal haben. Mhm. Aber warum hat er nicht unten liegen? Aber Harvester hat er gut Schaden gemacht. Er hat gute 16 gewürfelt. Hab ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Okay, ich glaube er kennt nicht die Furys. Selbst nicht mehr. Stefan Hader trat mit seinem Gameplan ein bisschen. Er schüttelt auch den Kopf. Aber er merkt selber schnell die Fehler. Das ist schon mal sehr gut. Er lernt bestimmt sehr viel aus diesem Spiel. Nehmt er sehr viel mit. Klar, es ist noch nicht entschieden. Es ist aufregend für ihn. Ja, ich denke es ist auch aufregend. Wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht so. Es kommt mir so vor, dass er sehr nervös ist. Und auch ziemlich unerfahren auf den Top Tables. Es ist noch nichts entschieden. Auf keinen Fall. Aber es sind so kleine Flüchtigkeitsfehler. Die man schon bei ihm merkt. Auf dem niveau wird das natürlich gnadenlos bestraft. Aber Stefan, kämpf weiter. Du schaffst das schon. Ja. Eigentlich muss er mit den Reiters hinterher laufen. Ja, um auf Druck auf Mission Z2 zu machen. Der André muss sich dann auch zeigen. Ja. Aber ich weiß nicht wie Hundeprofil. Weiß ich leider nicht. Wie Move? Ne, auch. Nicht so gut. 4-4 Attacken. Aber 4-4 glaube ich. Ja, ich muss da hinten weiter mitlaufen. An sich von der Feldjoverhand sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ja. Aber nochmal. Er kommt noch dran mit Doppel-Turn und er hat auch noch Beschwörung. Wenn er natürlich nicht den Turn kriegt. Es kommt auch an wieviel Schaden macht André in der nächsten Runde. Was verliert Stefan? Glaub ich. Was für dich Stefan? Blattförster kommt auch noch dran. Ich glaube halt, Paddy, dass die Eichhais weg sind in der nächsten Runde. Weil die haben kein Wort. Oh, der hat den Leech 6 Zoll gepeilt und direkt davor. Auf dem Blattförster. 57 Leute wieder oben. Wie viele waren wir eigentlich? 20.45 Uhr? Nein. 20.45 Uhr ist das Ende. 19.17 Uhr. Einen Samstagabend im herbstlichen Hoch. Sie haben wenige Mitleidung gemacht. Also der hinter ist der Scarprint, der leuchtende Orangene. Und das andere hier vorne ist ein Blattförster. Sechs Schaden hat er gemacht. ab 7 ist geprägt aber ich glaube er kriegt ihn auch nicht tot den leech? auch nicht auch erstmal nicht oder Ticket zu geben müssen Stefan ja das ist ja der Unverted Fury, das ist nicht der mit der Splash Bomb weißt du was der Fetty heute macht? Der Fetty geht heute nicht zur 90er Party was? brauchst du mit? ich doch nicht ich muss wieder an die Arbeit haben Dietzer fit sein 2 plus 2 plus rein 2 für die 3 damage du liebe au 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 guck wieder bum bum 2 Stück nur 3 damage da passiert 1 Eicher wäre gut gewürfelt Stefan wer will peilen achso die ist nein mach das nicht anderen peilen nicht da rein wir kriegen hier nichts mit wir sind nur Plastik werfen Plastik schubsen den ganzen Tag in der Halle keine Ahnung wie es Wetter draußen ist ah Petty guck mal schade er jagt nicht hinterher um ich hätte sie hinterher gejagt oh doch guck mal Andre sagt sie gerade ja hat er vollkommen recht ich hätte mehr Druck auf Mission Z2 gemacht weil er kriegt Dieter Freitas gar nicht so schnell dauer mit den Flurys und mit den Flashhounds und so baut er 3 Druck auf auf 4 Zielen nicht nur auf 3 D3 Mortals auf den Held Leech Kavala ist eine kein Wort Morgas nichts auch nicht was macht der für den Schaden wie sehr macht der Schaden das ist irgendwas von dem Fury 1 Schaden da geht der eine Schaden durch da geht der eine Schaden durch 5er Runde 5er Runde aber so viel steht aber gar nichts mehr oder? ne da steht gar nichts mehr ne da steht gar nichts mehr Alter da steht wirklich nichts mehr ne da steht gar nichts mehr wir machen einfach mal 4er Rally dann kommen wir mal 3 Skyweepers wieder Was war nochmal die Battle-Taktik? Let to the Maulstrom, alles klar. Yo, 9-5 für Stefan. Jetzt kommt, was schafft André? Jetzt ist die Frage, was macht André? Kliet er die Mitte? Ich denke ja. Rallyt die Skyreaper, damit er den Harvester kämen wird. Erzähl doch mal, wie die Reiter sich bewegen kommen und warum? Wenn die Reiter chargen, haben die einen 6 Zoll Peil in. Also die können 3 Zoll mehr extra peilen. Und deswegen ist er so schnell. Aber er kann das nur machen, weil er gechargt ist. Nur wenn sie gechargen. Da kann man immer, wenn er gechargt, entweder was auslöscht, oder jetzt Zielbewegung kann man immer noch, wenn er gechargt ist, die 3 Zoll oder 6 Zoll bewegen kann. Also. Aber zum nächsten Modell. Skarbran muss in die Archeis. Ja. Skarbran muss in die Archeis. Blattförster in die Archeis. Dann sind die weg. Harvester wird durch die Skyreaper getötet. Ja. Und dann geht es eigentlich schon wieder. Und wenn er ein Double... Dann geht es wieder. Das ist sein Ziel. Das muss er machen. Er muss die Mitte freiklieren. Er muss auch wieder 5 scoren. Rally. Hier kommt jetzt. Auf die 4 Plus. Acht Würfel auf die 4 Plus. Da kommen die 3. Da kommen die 3 wieder. Das Maximum. Warum? Weil die 3 Leben haben. Ja. Siehst du wie gut wie jetzt Bloodbound ist. Ja. Ich hab das gesagt. Mir braucht das Idee. Ich hab das Wachtbilder spielen. Und das Schimmel ist. Wenn man 3x 20 spielt. Wenn er jetzt noch die Priester... Den D6 Mortals auf ihn macht und geht. Kann er die sogar stehen. Das ist noch mal ready. Dann sind sie fast wieder voll. Dann hat er wieder 8. Wenn er Glück hat. Mit dem Roll. Er muss gar nicht mit denen so aggressiv gehen. Ja. Muss ja gar nicht. Was natürlich krass wäre wenn er den killen würde. Er guckt schon. Ihn killt der. Und dann geht der mit denen da rein. Vielleicht bei denen dann gut. Ja. Köh. Köh. Ja. Final Bayern. Fört- neunisig. Denn da wär's Bayern. Ach. Es wird hier Zeit vorbereitet? Er nimmt die Battle Tactic 8 Zoll zum Atar, da muss er eine Unit picken und die muss sterben. Gute Wahl, Stefan. Kämpf. André muss jetzt Gas geben. Nein, nein. Du darfst so viele Würfel würfeln, wie Modelle gestorben sind. Es waren ja nur noch zwei Skyweepers da, das heißt der Kerr würfelt acht Würfel und jede 4 Plus kommt einer wieder und er darf maximal zehn die überholen. Das heißt, die haben drei Leben, darf er drei holen, weil drei mal drei ist neun, deswegen darf er drei wiederholen. Das ist die Regel bei Rally. Er muss die töten. D6 Model ist nur eine Model. Kommt, Rant Player. Hat einen Rant mehr. Soll ich noch mal eine Runde machen, die aus dem Toppen so aussteht? Ja. 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 End auf your face. Ja. 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 Ja, ja. 5x D3 Schaden. 11x D3 Schaden auf die Echer. Sehr sehr guter Move von Andrei. 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 Und ich denke es werden noch mehr wie ein Dateinbund. Sehr gut, da stirbt schon nix. Wäre für Andrei glaube ich nicht so gut, weil dann schafft er die Battle Tactic nicht. Vielleicht schauen wir das Rennen mit einer 4. 12x Move. Sehr guter Move. Sehr guter Move von Andrei. 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 Das macht er als nächstes. Rennt. Slotter Priest rennt. Eigentlich hinter den Bloodthruster kannst du ihn stellen. Oder konzentrierst du dich auf Missionsziel 5, dass das irgendwie gesichert ist. er geht mehr auf 1 auf die mitte auf die vier bloß eine mortal, zwei mortals auf den leech, kein wort wegen dem bloodförster Drei Leben hat er noch, der Dietsch sehr gute Wahl, drei plus, drei plus all the defense vom Stefan drei Stück, Mademurts zwei Stück, kein wort, zumindest der Harvester tot vom Fernkampf ein, hat er in der Heldenphase angegriffen, sind zwei Highs weggegangen Skabron Skabron hat einer für neun Schafft er den, den? ein bisschen Nighthound voll invasiert, Rempo führt glaube ich auch Marius, ist Marius nicht hinten, aber Andreas hat noch 15 Minuten was sind andere Spiele hier, der Alex Spöll hat nur mit dem Kopf gerade geschüttelt weil ganz viele Modelle wieder kamen mehr? ja, der IDK Spieler ähm, Matthew verliest glaube ich er hat sich so reingedrückt hinten und kam gar nicht raus und die Kanonen sind halt immer noch übel darf man hier mal einen anderen Fragenchef? darf man heute mit Mörderlast auch gut zu dem Nahkampfbewegen um mehr Juni zu dem Nahkampfbewegen Mörderlast ist Molle führt noch, aber er wird verlieren, weil Dario spielt wie eine Modelle ich muss gucken was Mörderlast ist, das tut mir halt zu gut genug ja, du kannst mit diesen, aber nicht wenn du im Nahkampf bist, kannst du nicht noch mehr reinholen, sondern außerhalb von 3 kannst du Mörderlast machen, um Leute in 3 Zoll reinzuholen die Judis, dass sie sich danach nicht mehr bewegen können Skarbram wird aktiviert 8 Mortals Battle Technik geschafft das ist ein Blood Tide Point 2 plus 2 plus 2 plus das ich nicht verstehe das hier 2 plus ok 2 plus Alle gesaved vom Skarbrun. Sehr stark, Stefan. Die braucht aber auch jeder zwei. Mein Wort. Da lacht er. Stefan, probiere Blattförster zu töten. Töte mit den Leech. Blattförster. Probier's doch wenigstens. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Drei Sechsen dabei. Drei Sechser. Auf die zwei. Alle durch. Oh mein Gott. Das wäre der Knaller, wenn der jetzt gehen würde. Der geht. Das gibt's doch nah nicht. Meine Herren, Alter. Lieber Himmel, der Blattförster geht. Durch den Leech Kabel aus. Das ist ja unglaublich. Der hat zu viel Sechsen gewürfelt. Meine Herren, der hat zu viel Sechsen gewürfelt, das ist zu viel Schaden gewesen. Ich glaube, da hat Stefan nicht mit gerechnet. Hast du damit gerechnet? Nee, ja, auch keiner. Das gibt's ja gar nicht. Und der überlebt. Und Mitte geht der nicht. Das war ein Gamebreaker, Leute. Alter Falter. Das haut mich grad ein bisschen vom Hocker. Alter. Das haut mich vom Hocker, Alter. Mitte nicht gekriegt. Ein Harthitter weg. Und wenn er dran rinnt, heilt der ihn wieder. Stefan braucht die nie. Und es gibt ein Blatt-Type-Point. Es steht 9-9. Wir haben ein Spiel, Leute. Wir haben ein Spiel. Wir haben ein Spiel, Leute. 9-9. Geil. Wenn er die nie kriegt. Andre, wie viele Blatt-Type-Points hast du? Weil wir haben ein Gewinnspiel. Deswegen. Sicher? Sicher? Ja, ja, da ist noch mehr. Drei Blatt-Points, ne? Alle, wer drei hat, können sich jetzt mal freuen. Also, wir hatten ein Gewinnspiel. Anfang Runde drei. Wie viele Blatt-Type-Points hat Andre? Und da gab's ein Gewinnspiel. Wir konnten abstimmen. Und deswegen. So, gucken wir mal, wer drei hat. Also, alle, die hätte drei haben, sind beim Gewinnspiel dabei. Mal gucken, wer dabei ist. Oh, super. Rusher. Rainbird. Huppi. Jblami931. Lord Patrick. Und Stefan hat den Wall-Off gewonnen. Meine Herren, wir haben ein Spiel. Leute. Was haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ein Sechster. Warte, warte, warte. Ich würfel und du mach die Kamera. Ja, ich hol die Kamera. Warte, 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 warte. Ich muss nochmal dahin gehen. Wir haben den Zettel. Wir zählen. Das Gewinnspiel. Schau mal drauf, was da drauf ist. Alter, wir haben da den E6. Ja. Bist du drauf? Ja, ja. Aber ein bisschen noch. So, ich würfel. Vier. Nummer vier. Eins, zwei, drei, vier. Komm rüber. Bist du spannend? Nee. Nee? Huppi. Huppi, mein Lieber, du hast gewonnen. Du darfst dir eins aussuchen, was vorhin war. Schreib das mal bitte in deinen Chat. Schreib nur mal hinten, um wer gewonnen hat. Genau, der Huppi hat gewonnen. DZ. Ja. Willst du nochmal hinschreiben? Ja, warte. Aber an welcher Adresse? Ja, warte, das machen wir gleich. Also, Huppi, du hast gewonnen. Meld dich kurz mal. Vielleicht bist du ja noch im Chat. Huppi 25 oder was? Hm, Huppi 25. Sicher? Ja. Bleib dir nur hin, Huppi 25. Hm. Und du kannst uns natürlich gerne hinten in die Mail schreiben, was du gerne haben willst. Kannst du auch jetzt schreiben, dann lege ich es rein. Oder jetzt, dann sehen sie alle natürlich auch. Nochmal. Gleich mal Würfel. Einmal den Ork hält. Oder einmal den Stars hier. Stars hier. Kannst du mal gerade schreiben. Dann legen wir es raus. Also, Früchte und Spiel ist auch spannend. Sorry. Ja. Ja. Würfel. Ja, aber welche möchtest du haben? Wir haben hier diese Chaos, die Silbernen. Wir haben hier diese IDK Kraken in einem blau-grau. Oder... Ich weiß gar nicht, so... Elfenbein ist das so, oder? Ein bisschen beige, beige. Wir sind so ein Totenlöch. Kannst du dir welche aussuchen? Von Baron of Dice sind die. Baron of Dice. Sehr gut. Einer ist wiedergekommen von den Skyweepers. Das ist zwei. Drei. Drei sind wiedergekommen. Sind drei wiedergekommen. Drei. Boah. Stark. Und da sind sie fast wieder voll. Wir legen sie raus. Die ersten von Chaos. Die hier. Schreibt nochmal bitte Ja. Ob das die meins. Perfekt. Schreibt uns bitte die Adresse. Ich habe sie da reingeschrieben in die E-Mail. Und dann schicken wir sie zu dir. Morgen gibt es das nächste Gewinnspiel. Marcel, wir haben ein Spiel. Ich habe sie noch mal aufzudrücken. Ähm. Die Chaos. Mystic Schild. Mystic Schild. Hat er feines auch gemacht bis Skyweepers. Okay. Hm. Oh, Blizzard kommt. Oh. Kann ich machen. Nein. Wer? Ja. Nein. Ach du Schandero. Ach du Kacke. 17 Mortal Wootz mit dem Blizzard. Boah. Hin und her. Das gibt es doch gar nicht. Das ist unfassbar. Oh mein Gott. 17 Mortal Wootz mit dem Blizzard. Das ist super ärgerlich. Aber sehr, sehr starke Würfe. Da muss selbst der Stefan mal durchatmen. Scheiße. Eigentlich sicher glaub ich das Spiel. Aber so ist es. Ja, grüß den Biggie Junge. Ja, aber hast du ja gesehen gerade. Da spiel wir eigentlich seine Runde durch. Meine Herren, das war eigentlich. André hat das Spiel unter Kontrolle gehabt. Und dann sind zwei wichtige Sachen gerade passiert. Und beide Hart-Hitter weg. 17 Mortal Wootz. Und das haben wir live auf dem Dreh. Das gibt es gar nicht. Das gibt ein Bloodpoint. Sorry. Ja, Doppel 6 auch noch. Autocast. Minus ein Hit für den Scalier. Ich kann ja mehr gerade. Das ist ein Breaker gewesen am anderen. Und nicht die 5-Gümbel so. 5 kann man doch retten. Ja? Mit der 5 könnten wir es doch retten können. Ja, da hätte ich nochmal einen Schreier losgelassen. Hey, Biggie. Wo bist du denn eigentlich? Da war ich gewacht, dass du herkommst. Mal zeigst, was hier abgeht. Ich befickst schon alle gerade. Ich bin gerade perplex. Erst diese Nahkampf-Attacke, haut dir eine Platte und jetzt blizzard den einfach den Skapel hinweg. Damit hätte ich Leben nicht gerechnet, dass er das macht. Auch nicht. Ich dachte, ach komm, blizzard. 2, 6er, boom, weg ist er. Das Nimmel ist, das Ding macht normal niemals so viel Schaden. Der hat so viel 6er gewonnen. 3 oder 4 6er. 2, 6er kommen, Autocast und dann nochmal 17 Mortals. Ich kann nicht mehr. Weiß ich doch. Weiß ich doch, was gekommen ist. Nächstes Jahr. Und denk dran, die Karten werden, glaube ich, noch schneller weggehen. Immer dran denken. Nein, Herr. Musst aber nix Jahr nach Hof fahren wieder. Das Spiel war durch. Welche Battletech hat er genommen? Weiß ich nicht. Ich bin nur durch. Weiß ich nicht, was er genommen hat. Ah, Invaders hat er. Hat er geheilt? Ja. Das krasse ist, Leech Kavalos wieder geheilt. Und wenn er... Was? Leech Kavalos hat er wieder geheilt. Ja. Ja, aber muss man nicht die Schaden machen. Eigentlich musst du ihn absichern. Nach da wieder nächste Runde vollheilen. Dann ist er wieder voll. Oder du tötest den Slaughter Prisoner. Ist aber gebaitet. Wo sind die Reiter hin, ja. Aber wie kriegst du den A-Tack? Das Schlimme ist, der hat nur noch 2 Units. Und die 2 Helden. Wenn er jetzt die 2 Helden noch killt. 3 Helden und 2 Units. Anti-Furies. Ja. Aber er... Dings, Stefan macht jetzt eine 5-Runde. Und dann muss er erstmal andrehen eine Battle-Technik schaffen. Oder erstmal eine auswählen. Reprisal kann er machen. Ja, echt? Das Spiel war für mich nach der... Hier, Reprisal auf ihn. Wenn er nicht rausgeht. Was? Reprisal. Ist er mit Korn? Er hat ja den General getötet, dann tötest du den General. Ja, das ist ja. Aber er sagt, er soll... Eigentlich muss er mit der Morte Guard jetzt nur up-screen. Macht er doch. Und mit dem Held eigentlich... With heat and charge, dass er noch die Auffalltreffer macht. Auf ein Held. Und gleich... Er hat ja den Invaders. Er muss das machen. Ach du Lieberhimmel. Ich komm immer noch nicht klar. Hm? Ich komm auch gerade gar nicht klar. Ich bin völlig geflasht. Wann hätte ich neben nicht gerechnet. Ich hab noch Petty gefragt, schafft es Katacross? Skarbon. Er macht so, Ja, aber es ist ja noch nicht gewürfelt. Dann haut er den Blizzard raus. Denkst du, der kommt psychisch, mental, der andere jetzt wieder? Da hat er schon gesagt, das war gerade schon einmal... Ja, er hat schon gegen die Stange in die Hand genommen. Ja. Aber denkst du, er kommt noch mal wieder? Weil es ist schon... Ob er noch mal zurückkommt? Denkst du nicht mehr? Das geile wäre, also wenn man die Stange mal, wenn Katacross jetzt noch den Charger, der hält den 3-Ton und der auch die... Dings geht. Dann hat er so viele Attacken, weil ein Held in 3 ist. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, wie die Gini die gespielt hat, aber die ist gerade aufbauen für Bestpainted, also heißt es... Ha? Ob wir einen Rauschen haben? Haben wir einen Rauschen im Stream? Kann da jemand mal da was schreiben? Ich bin fix schon alle, dann nicht. Okay, danke. Haben wir nicht. Nein, Marcel, haben wir nicht. 17er Mortal Wounds, Blizzard, Skarbrand weg. 17er Mortal Wounds, Skarbrand weg durch Blizzard. Hast du das Schreien gehört? Von uns? Ey, da war der Hammer. Dinge passiert, die passieren nie wieder. Voll geil, ey. Alles richtige Spiele. Ey, da sind Dinge passiert, die werden nie wieder passieren. Das Spiel... Ja. Ja, die anderen Dinge sind viel krasser gewesen. Also, bis jetzt könnt ihr euch nicht beschweren mit den Spielen. da kann sich keiner beschweren. Ich glaube, ich glaube, der hat schon gehadert, der hat eigentlich schon die Niederlager eingesehen und es sind zwei... Der hat schon top Wunden gehabt. Ja, hat schon die Niederlager eingesteckt und hat zwei Sachen passiert und er ist jetzt ganz dick im Game wieder. Und bei anderen natürlich genau andersrum. Puh, und noch einen neuen Anscharge. Neun tödliche, wenn er nicht vergisst. ich hoffe, er denkt diesmal an die Aufpralltreffer. Hoffentlich denkt er diesmal aktivieren als erstes da. Ja. Ja, jetzt hat er es gemein. Er ist wieder da vorm Kopf. Ja, macht er gut, André, weil letztendlich kann er nicht peilen. Jetzt kann er nicht peilen, hat er gut gemacht. Also ich hätte auf Model Wotens verzichtet. Warum kann er nicht peilen? Warum kann er nicht peilen? Doch er kann schon, aber er hat auch mehr Aushalt gesagt. Ja. Ja, aber wenn der kleine Held wenn er hält, verliert, ich hoffe, er ist nicht vergesst. Ja, aber es ist nicht schlimm. Wenn er die Reiter nicht bewegt, ist die Morte gar draußen. Und nur Cuttercross ist nicht draußen. Noch nicht draußen. Ich hoffe, er denkt dran. Oh, das sind heute aber knappe Dinge. Wenn Cut, aber ich bin, aber die Dings hauen doch nicht. Dings tot. Ach, der kleine Held habe ich gar nicht gesehen. Hallo, mehr draußen. Hallo. Hallo. Das war die richtige Aktivierung, sonst wäre das Vierer Ziel weg. Hallo. Hier. Das war die richtige Aktivierung, sonst wäre das Vierer Ziel weg. habe ich gesagt, das wäre weg gewesen. Die müssen jetzt sterben. Aber mehr hat der Fünfer, aber für André wäre es dann halt die Vierer einfacher einzunehmen. War gar nicht Moda. Ich hätte da minus ein Wend noch, ne, ich hätte da ein Wend noch gegeben, weil die Pferde haben auch minus eins, weil so kann. Oh mein Gott. Das war super wichtig für André. Kein Acker-Bolt oder so. Das sind die Aufpralltreffer, die vorhin gefehlt haben. Vorhin, ja. Hä? Ja. Der vorhin, der Charge, hat gefehlt, die Aufpralltreffer. War doch recht. Das überlegst du, André. Du fliegst doch mit den hin und holst dir das Ziel 4. Hat er nämlich nicht Moor. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. André. André. Warum? Warum machst du das? Du hättest Missionsziel 4 weggenommen. das hört der er sich tot wenn ich ihm das habe das glaube ich auch er will halt wieder rallye machen aber nein schade ich weiß nicht haben wir haben sie nicht haben sie gegangen was haben oder guckt ja gerade dass er sich battle shock im ok er hat es gemacht sehr gut er hat uns gehört ok 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 Aber wie gesagt, immer noch krass fair, oder? Kann die Fio irgendwie noch fliehen? Er hat 5, ich glaub bei einer 1 nicht. Ja, bei einer 1 fliegt er nicht, ja, hat der rechte André, ich hab mich zu früh gefreut. Was? Der fliegt nun nicht bei einer 1. Aber wenn er die 1 würfelt, dann ist es der Gamebringer. Jetzt kommt nix mehr. Das ist unfassbar. Jetzt kommt heiße Luft. So kenn ich den Held. So spiel ich ihn. Zwei Schlammler gemacht. So kenn ich ihn. Und jetzt war's da hinten. Das war ja abnormal. Unfassbar. Geil, Alter. Willst du mal Hallo sagen? Hallo Fred. Hallo. Hallo. Da ist Breaking Head. Es ist mega cool, dass wir so 2 Streams zusammenhören. Ist echt so, oder? Ja. Es fühlt sich so an, als würde man so... Ist bei euch wenigstens spannend? Bei uns ist es sehr spannend, ja. Oh, sehr cool. Volls auf. Wir klopfen sich richtig in der Mitte und die Zeit wird knapp und wir haben eigentlich noch zwei Runden zu spielen. Ach du Schade, ne. Ja, ja, ja. Und seid ihr zufrieden? Hattet ihr denn bis jetzt immer spannende Spiele, oder? Ähm, eigentlich schon. Ich glaub das erste Spiel war das wenigstens spannendste, weil wir so ein... Da hat jemand Necrons gespielt, die... Ich weiß nicht, ob es sowas bei HF7 auch gibt, aber die regenerieren sich immer. Also mehrfach, wenn der Gegner die Modelle getötet hat, dann war's halt so... Ja, hier sind jetzt 5 tot. Es kommt hier wieder. Ja, ok. So was haben wir hier auch. So was haben wir auch hier. Sind auch Untote. Ja, gut. Und seid ihr zufrieden sonst allgemein mit dem Stream-Spielern alles? Ja, also wir sind mega happy. Also das ist echt krass. Wir haben hier nochmal ein ganzes... Also wir haben hier Zuschauerzahlen. Die hatten wir Anfang des Jahres nur auf den Finals der letzten Saison. Oh, richtig krass. Also das ist nochmal richtig groß geworden. Hier werden so viele Leute, die zusammenkommen. Und auch gefühlt ist so jeder da, der so Rang und Namen hat. Und der nicht hier ist. Ja, genau. Also das ist echt mega geil. Das Interesse ist groß. Sehr gut. Jungs, schaut bei denen immer auf dem Kanal vorbei. Die streamen auch hier live auf YouTube. BreakingHead. Ich glaube wir machen einen tollen Job. BreakingHead, Entschuldigung. Wenn die nochmal besseren Spiele kommen. Und Final wird dann bestimmt Rekord. Ja. Wie viel umgeschlagen habt ihr noch? Ja. Wie viel umgeschlagen habt ihr noch? Ja, was habt ihr eigentlich auch jetzt? Habt ihr eine 20er Matrix? Ja, 20er Matrix. Sind noch einige. Also die erste Reihe ist eigentlich noch komplett umgeschlagen. Die ersten beiden Reihen. Ja. Kann es auch bei euch ein Doppelte? Dass jemand zweimal auf dem Stream kommt? Klar. Ist es möglich? Tatsächlich manchmal häufiger als wir es wollen. Weil dann sind wir erst so, wir wollen dieses eine Matchup haben. Ja. Und dann gewinnt der. Dann wollen wir eigentlich auch dieses andere Matchup haben. Okay. Wir sind tatsächlich in Salzburg dieses Jahr, dass wir Arne und auch unser Teamkollegen dreimal auf dem Stream haben. Oh nein. Ja, cool. Die Leute machen sich auch gut. Aber morgen sucht ihr nicht aus, sondern es ist wirklich das Final. Erste gegen Zweite. Ist das immer so oder sucht ihr nur aus? Ich bin mir nicht sicher, ob wir genau nur einen ungeschlagenen nachher haben. Es kann sein, dass wir zwei haben. Wir haben gerade die Situation hier wird, für die ersten Tage ist der Plan des TOs, dass die Tische mal random sind. Okay. An anderen Tisch. Das macht uns die Berichterstattung leider sehr schwierig. Oh, das gibt es ja gar nicht. Glückwunsch. Das sind eigentlich die, die gerade umgeschlagen sind. Und wo es dann nichts anderes ist. Okay. Ja, aber morgen werden wir quasi dann auch nur die Reihe haben. Ja. Und dann quasi darf man immer berichten. Cool. Ja, genau. Die Leute wünschen sich auch fleißig Sachen, die sie sehen wollen. Wir versuchen immer, auch verschiedene Armeen raufzukriegen. Wir haben gerade Sisters, die eigentlich so komplett ganz down waren, was die Faction-Rankungen haben. Und jetzt hat der damit sehr, sehr stark performt bisher. Wo sind die Wotans aktuell? Ist irgendwo einer ziemlich weit vorne? Weil die waren ja glaube ich sehr viel gespielt. Wotan war ein bisschen so ein, das war so ein Flackern in Bremen. Da hieß es erst, okay, nach dem letzten Balanced Starter Slate, dass die total krass sind. Und dann war es aber irgendwie, ja, die waren okay. Also die sind, die sind, die sind echt gefährlich. Ist jemand vorne mit den Nachteil? Ähm, ich glaube nicht mehr. Nicht mehr, okay. Ich glaube, die Wotan sind auf jeden Fall alle geschlagen. Wir haben, also wir haben auf jeden Fall eine ungeschlagenen Ork. Oh. Wir haben ungeschlagene zwei Elder. Ja, Elder wäre die nächste Frage gewesen. Ähm, ja, aber nicht mehr so viele. Das wären nur noch wirklich so die Spezialisten. Wir sehen auch, wir haben auch zwei Elder, ähm, die wirklich auf die Presse kriegen. Ui, okay. Und, äh, die spielen genau das gleiche wie die anderen. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, wir haben ja erstaunlich viele Black Templar, die richtig erfolgreich sind. Und bei den Black Templar ist es total lustig, da haben wir sowohl Fahrzeug als auch Infanterie Spam. Ja, war ja schon einmal auf dem Stream, ne? Ja, ja, war ja eben auch. Aber auch so eine Horde von Kreuzfahrern. Haha, sehr cool. Äh, also es ist echt mega cool. Ich freue mich auch total. Wir haben sozusagen bei der Technik nochmal ein bisschen aufstocken können. Und einfach dieses Gelände. Also, ihr habt hier ja auch. Wir haben quasi das gleiche nochmal in, in, in Eckiger. Ja. Aber das ist halt mega geil, weil es sieht halt richtig schick aus. Ja, vielen Dank. Hab ich alle das gemalt. Haha, danke. Alles klar, Fred, bis bald. Danke. Ich soll euch sagen, der René hat mit einem Punkt gewonnen. Das gibt es nicht. Soll ich den Chat extra sagen? Ja, René hat mit einem Punkt gewonnen, obwohl er... Er hat sich voll aufs Baul und gewinnt mit einem Punkt. Ja, meine Herren. So, leider hab ich nicht mitgekriegt, was der André gemacht hat. Aber ich glaube, der Stefan hat ne... Hat er Battleshock gemacht? Ne. Warte mal ganz. Oh, jetzt ist er gegangen. Kurze Frage. Ist der Fuey stehen geblieben mit einer Eins? Ja. Oh mein Gott. Und ich hab's nicht gepasst. Wir haben's nicht drauf. Haha. Ach du Schande, ey. Der Fuey ist mit einer Eins stehen geblieben. Ach sorry. Hat er ne Vierrunde gemacht. Ach du Lieber. Oh Mann, Fred war da super, aber wir haben einen super starken Moment verpasst. Er hat die Eins gewürfelt, damit hat er das Missionsziel verloren. Ja. Oh, Junge, Junge. Ach du Lieber. Sorry, dass wir's nicht mitgekriegt haben. Ja. Stefan, hast du ne Vierrunde gemacht? Ne Vierrunde? Alles klar. Wegen dem. Ja. Oh mein Gott. Wir haben den starken Moment verpasst. Oh Mann, was ist es viel. Es tut uns wirklich leid. 13,9. Ach mein Gott. Ich hätte, glaub ich, dir so gefallen. Ja. Bitter. Piki, Junge. Feier mal André an richtig. Mit einer Eins gewürfelt. Gibt's nicht. Da haben wir einmal Breaking Heads bei uns. Können uns ein bisschen unterhalten. Ein bisschen den Eindruck von 40k. Und dann haben wir so einen wichtigen Moment verpasst. Jetzt ärgere ich mich. Ich auch. Aber alles. Das hätte einen dicken Brüller gegeben. Was ein Spiel, Leute. Das bringt natürlich André komplett wieder zurück. Das gibt's doch gar nicht. In Invaders hat André gemacht. Ja. In Invaders, André. Mhm. Das bringt dich wieder komplett ins Spiel zurück, Paddy. Weißt du das eigentlich? Ja, ich... Weil jetzt kann er wieder more scoren. Das ist so bitter. Ha. Das hätte keiner gedacht, dass er die Einswürfelt. Das glaub ich nicht. 15% Chance, dass er die Einswürfelt. Aber weißt du, was er machen kann? Ne, kann er nicht. Sag ich jetzt auch nicht. Ich hatte überlegt, ob er Magic in Mail macht. Als Battletactiker. Aber dann macht er einen Autobahn, glaub ich. Ja. Aber wenn du die 6 Löffel kannst du nicht Autobahn. 12. Ja. Mit Primal Dice. Wir haben hier ein Hin und Her. Das ist unglaublich. Warum? Nein, das ist ein Spiel hoch und runter, Leute. Ich... Da ist so viel... Ich hätte noch gewartet. Hä? Ich hätte noch gewartet mit WeBloy. Weil... Er steigt bestimmt mit ein oder läuft mit den 2 Helden irgendwo hin. Und dann hätte ich mit Kakakross WeBloy gemacht. Und wenn das eine 5 gewesen wäre, dann hätte er das 4er Ziel wieder zurückgeholt. Und dann hätte André wieder keine... Muss er nämlich. Dann hätte nämlich André keine 5 geholt. Und... Aufpassen. Immer aufpassen. Das schreibe ich mal auf. Das ist sehr gut, Paddy. Und... 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 Nicht immer gleich das erste Ruin. Nee. Ah, vielleicht macht er einen Charge. Einer muss noch raus. Jetzt hätte er den Redeploy gemacht, dann hätte es vielleicht wieder zurückgeholt. Paddy, du hast vollkommen recht. Ja. Ein bisschen kann ich das Spiel auch. Hm. Das frage ich hier. Weil dann hätte er nicht die 4 gehabt. Und dann hätte André wieder nicht mehr gescored. Richtig. Hätte er wieder nicht mehr gescored. Meine Herren. Zu früh Redeploy genommen. Ja, wo sollen wir sonst sein? Immer im Einsatz. Bald mach ich das hauptberuflich. Hä? Bald mach ich's drüber hauptberuflich. Nein, tja. Ich glaube da muss man auch geboren für sein. Oh, ich denke wir machen das ganz gut. Wenn man dann... Ja, wenn man mal Lim am Ding sieht, das sind unterschiedliche Tage und Nacht. Aber der macht das ja auch schon ewig. Na, aber dann nehmen wir's auch nicht so mit Emotionen dabei wie wir hier, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Und hinter uns wird auch Bestpainted schon aufgestellt. Da bin ich auch gespannt. Eigentlich müsste man mal... Ich weiß nicht, ob die Kamera da hinkommt. Ich glaube nicht. Das müsste man eigentlich mal zeigen. Eigentlich will ich keine Runde gehen. Hat er, hat er das Gebet gemacht von seinen Dings? Minus 3 auf dem Charge? Weil er gesagt hat, 6, wir brauchen 11er Charge. Wäre auch, hat er gut gemacht, wenn das gemacht hätte, Stefan. Hm? Wenn der Stefan das gemacht hat, dann hat er das gut gemacht. Na ja, das vergessen muss jetzt. Guck mal, wie viel... Das muss Mario... Eigentlich muss das Mario das Video angucken. Guck mal, wie stark die Einheit ist. Die ist... War 2... 2 Units nur da. Guck mal, wie viel die jetzt wieder da sind. Mit 4-O-Rally. Aber es ist nicht die Bloodborne, die wir immer sagen. Das sind die Sky Reapers. Ja, aber... Die haben auch 4-O-Rally. Ja, klar, weil es... Ja, aber guck mal, wie stark das ist. Da waren nur noch 2 da. Hm. So, wieder fair. Stefan hat extra gefragt, ob die drin sind. Wer hätte er auch nicht aufmerksam machen sollen, hat er gemacht. Sehr fair. Das kennen wir auch anders. Manche hätten nämlich die Schnauze gehalten. Aber können wir echt mal bauen. Den Streaming-Tisch können wir mal schnell umbauen. Nehmen wir das Hochgelände. Ist genauso gut. Und wir machen das auch den ersten. Dann können die Leute auch mal was anderes gucken. Fünferrunde, Manu. Fünferrunde. Warloff. Vierzehn, Dreisen, Warloff. Runde vier. Fünf, André Doubleturn. Er ist wieder zurück. Er ist wieder zurück. Ich... Es ist unfassbar. Was will ich für ein Spiel? Han. Ball. He is back. Er ist zurück. Er ist wieder zurück. aber den hat er glaube ich auch zu offensiv gespielt wenn du kein ableiten hast ja ich müsste eigentlich hier stehen irgendwo hier müsste der stehen da hätte auch nicht das sie sagt auch gerade er steht nicht gut also weil sie die stäbe die gibt es bei voxie fort aber ich weiß nicht ob der andere bei voxie fort bestellt hat die stäbe aber die kann man bei voxie fort bestellen einfach mal anschreiben und da kann man die auch bestellen oh mein gott er gibt den oder ab das ist unfassbar warum jetzt gut ja aber da keine bettet nichts sie frage wie viel hat er hier aber fragt nicht nach ja er kann seine dicks sein sein dicks kann er raus weggemähen mädchen 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 kommt doch nicht hin kommt doch nicht hin dahin ist er das nicht hier Eine Mortal? Ja, da wollte ich es machen. Was hat der Battletack jetzt genommen? Magical Dominus. Auto einbeint. Bei der Technik nicht geschafft, sehr gut André. Sehr gut. Ja, aber hätte er doppelt 6 gewürfelt, dann kann er nicht einbeinen. Ja, André hat es gut gebannt. Da ist sie, guck mal. Rüstig Schild auch gebannt. Die Idee war gar nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Die Idee war gar nicht schlecht bis jetzt. Turn abgeben. Keine gute Basis 60. Gefällt. Aber er macht eine 3er-Runde dann. Wenn der Feld nach da hinten geht, Katakas nach vorne, haben die Reapers auch ein Problem. Einfach hier in 2,99 halt ein Binden. Der geht eh nicht mit einem oder zwei. Ja. Hallo, er hat immer noch eine Chance. Und dann dahinter die Mortegard. Ja, und, und, Mortegard ein bisschen vor, den einen Save, seine Quench-Chategie, nach hinten rennen. Dass er hier hinten steht, bei der 3 unten. Und die drücken hier. Und die drücken. Ja. Hallo ist es immer noch möglich. Aber ich weiß nicht, ob er das auf dem Ziel hat. Ich weiß nicht, ob er mich hört sogar. Aber entscheidend, wenn wir da so spielen, wer es gesagt hat. Das hätte ich nicht gedacht, bitte. Ja, aber das ist jetzt wieder eine Befeilung. Meine Herren. Ich glaube, der hört das, was ich sage. Vielleicht muss ich immer meinen Mund halten und erst mal seine Züge abwarten. Aber dann sagen die... Nö, das glaube ich nicht, dass er das hört. Aber nicht 6. Noch 6. HAHAHAHAHAHAHAHA Ich hab alles angemagt! Geil. Ready? Ich glaube, ich sollte Age of Sigmar spielen. Hexer, ja. Hattest du mal sehen. Wenn Karadagos noch die einbindet, dann war es alles, was wir gesagt haben hier. Und die Deathriders unten. Ja, und das war es noch. Ein da! Weil... Er kommt da hinten auf die Ziele nicht mehr. Ja. Ja. Jetzt musst du Druck rausrühren. Scheiß aufs Einflusssafe. Ja, macht er auch. HAHAHAHA Ich lach mich tot, Alter. Alles angesagt. Eigentlich hat der Stefan ein Mikrofon von uns und der sagt, ein Kopfhörer und ein Ding und sagt, soll so spielen. Nein, Scherz. HAHAHAHA Ich glaub das alles nicht. Was? Ich glaub das nicht, was ich hier sehe. Das ist so ein Spiel hin und her. Naja, wenn er jetzt so sieht. Im Nachhinein. Der hätte auch eine Fünferrunde nehmen können. André. Ja. Aber jetzt muss der Karadagos noch reinbewegen. Macht er noch. Nein. 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 Ach, schade. Nein, Karadagos rein. Oh, schade, ne? Aber vielleicht schad's schon noch Karadagos. Ja, aber noch rein muss er. Jetzt so stellen, dass er nicht vorbeikommt. Und zumachen dann gleich beim Peilen. Warum macht er denn so? Zumachen mit Peilen gleich. Ich hoffe, du denkst dran. Nicht, dass die rauslaufen. Weil dann kannst du auch komplett reinlaufen. Katakos, Judge. Ja? Katakos. Mach Rinn, Dicker. Los. Die Runde ist mir nicht vorbei. Geh rein, Stefan. Fünfte geht oder der vierte. Kannst du nochmal richtig binden, die Leute. Rinn. Ja. Mach Rinn, Dicker. Geh rein, Stefan. Glaub mir. Warum nicht? Du machst das Ding zu. Du bindest die Skyreaper. Sechs reicht. Geh in 2,99 zu den Skyreapers. Ja, doch. Wacht er doch vielleicht. Geh 2,99. Binde die Reapers. Binde die. Dann kann er sich nicht mehr bewegen. Oh. Warum hast du so Angst? Nein. Guck nach, ob du ein 2,99 zu den Skyreapers bist. Die töten den doch nicht. Geh in die Reapers. Geh in die Reapers. Entweder der Lack ist, sie sind drin oder nicht. Das Schlimme ist, ich glaube sie sind sogar drin. Aber nicht gewollt. Nee. Heldenkiller, eigentlich müssen beide gehen. Männerte aufzeit. Oh, willst du nichts drin haben, Petty? Ja. Warum? Oh, mach's doch rein. Oh, schade. Er muss reingehen. Aber hat er gesagt, nein. Runde 4. Schade. Hätte ich gesagt, binde ihn doch. André hat gelacht. Du hast vorher gesagt, das war nicht interessanter Spiel. Was hat er gesagt? War nicht interessanter Spiel. Hä? War nicht interessanter Spiel. Achso. Dafür haben wir hier gutes Spiel. Oh, der erste ist schon weg, ne? Ja, aber beide Helden wären tot gewesen. Die Reapers könnten jetzt reinpfeilen und er hätte kein Move mehr. Er hätte überhaupt kein Move mehr. Außer mit den anderen Hunden da oben. Ja, die scheiß auf die Hunde da oben. Hier unten kann er auch noch. Hat er schön vergessen. Mann, Alter, mach doch den Weg zu. So können sie rauslaufen. Hat den Weg nicht zugemacht, Petty. Weg zu. Oder ich geh rein mit den ganz allen. Dass die noch tot sind. Ja. Vielleicht doch dann zu unerfahren. 3 Punkte. Auf dem Niveau. Vielleicht. Aber wir haben schon alles erlebt hier. 16, 14. Ja. Aber... Ich kann mehr. Wir haben mit Primal, dann kann er auch nur zwei Sechser würfeln. Also kann das noch passieren, ne? Dann kann er auch nicht in der Autobahn... Weiß, was ich nehmen würde? Alle Units in acht. Nimm alle Units in acht. Nimm die Battle Tactic, Andre. Oder? Ja. Ja. Das Problem ist, Andre kriegt die... Andre muss ja noch die beiden töten, ne? Ja. Für die Grand Strait. Ja. 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 Heute ein spannendes Spiel noch. Enges Höschen. Aber man hätt's ein bisschen besser spielen können. Weg zu machen und Cutter Cross in 2,99 stellen. Das Spiel ist dann durch, Keule. Ja, dann spielt durch. Weil dann ist dann der Grand Strait safe. Ne, die Grand Strait hat er ihn. Und er schafft nicht mehr, die beiden zu töten. Dann ist durch das Ding. Ja. Schade. 54. Kann sein, dass er in der Runde den Siegfoss geschenkt hat. Ja. André sagt, er hat gewonnen. Das stimmt nicht, was er erzählt. Nö. Das stimmt nicht, Andre. Kämpf, du kannst beide Units noch töten. Ja. Du musst voll committen. Aber Game Changer gewesen wär, wenn der sicher... Du musst hier unten in die Ecke rein und beide drücken. Ja, Cutter Cross hätte... Dann wär das Spiel durch gewesen. Dann wär das Spiel durch. Dann wär das Spiel durch. Ich sag, es ist noch nicht durch. Naja, aber bei Cutter Cross in 2,99 wär das Spiel durch. Dann wär das Spiel durch gewesen. Nimm mal... Was hat denn so ne... Äh... Hat er noch nicht gemacht. Aber ich glaube, Stefan hat nicht so noch keinen mehr. Okay. Ach, ach, wir habenclosella. Ja. Aber auch gut. Ja, ja. Aber warum hat er so Angst? Ja, schafft er noch die beiden. aber 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 andere muss aufpassen dass katerkost nicht in drei zoll ist weil wenn der move wenn der move endet 299 katerkost dann kann er sich nicht mehr bewegen er muss aufpassen dass er nicht katerkoste nachkommt dann schafft er auch noch die oder er könnte auch noch ihn töten wenn hier was frei aber er kann nur eins machen er kann nur entweder seine schaffen oder den typen der hält und wenn ich er wäre würde ich auch dann noch ein fettes wügelball machen mit dem hält weil er macht ganz was anderes was hat er da gemacht das möchte ich gern mal wissen was war seine idee mit den sky weepers der soll nicht katerkoste ignorieren hätte ich auch gesagt katerkoste einfach ignorieren richtig was biggie schreibt es absolut richtig aber was macht andere jetzt gerade bg warum geht er nicht da und drei mit zwei türen schaffte doch fünf der freiders und zehn mord der karte hat er doch die kür versteht das nicht aber andere machte da geht nach hinten sogar nach hinten weil er will doch eh da unten die modelle töten warum geht er nach oben verstehe das nicht verstehe ich auch nicht aber warum bewegt er dich die flasher und hierhin der zählt doch eh nur als zwei und wenn du hier welche tötest hast du das ziel doch verstehe ich auch nicht verstehe ich nicht aber das kann uns daher mal erklären aber ich habe auch keine ahnung alle von uns was soll der will die holen den vierer nächste runde ja aber das kann doch einfacher mit dem doppel turn repost rennt hat er die bettkegel weggeschmissen oder will er da noch rein das habe ich noch nicht verstanden wenn das ganz schlau machen hätte aber katerkoste machen können und davor stehen können das war in der heldenphase mal gucken was er sagte endes spiel das interessiert mich auch das interessiert mich er will als diesen dings wo er liebt jetzt kann er aber jetzt kann er wohl und katerkoste einfach vorschieben das habe ich nicht verstanden ich habe es auch nicht verstanden jetzt kommt er oh mein gott das hätte auch mit einer drei geschafft das ist nur 10 ach weiß was er gemacht hat fight first warum fight first wenn er eine 8 plus schafft und modifiziert hat er fight first er muss ja die mode karte kann egal welche modelle ich habe den hier im facebook nicht verstanden aber ich habe andere lässt die katerkost dass er draußen gut macht er gut aber was macht er jetzt geht auch sechs runter vier unternehmen die mit aufbomben ja wenn er ein double kriegt dann hat er das ich weiß wenn er ein double nicht hat dann hat er ein großes problem oh jetzt geht da rein das war's das weiß ich auch wieder nicht das verstehe ich nicht das verstehe ich auch nicht weil er kriegt den katerkost nicht tot ja wirklich nicht tot der katerkost kriegt er nicht tot ich sag das war's vorbei aber vielleicht hat er noch eine antwort vielleicht gucken wir gleich doof aus der wäsche und sagt er hat alles richtig gemacht oder er will die mitte ja die mitte hat er ja ne es ist vorher nicht gehabt jetzt hat er sie ja aber die mitte er muss doch die battle tag haben da hat er 100% die mitte gehabt ja er kloppt doch jetzt alles hier da drauf ja er hätte nicht mitte auch so gehabt ohne katerkosterei weil das mehr wie drei zoll sind er hätte so stehen können ja jetzt hat er sich selber getränkt das Ding sagt auch das verstehe ich auch nicht oder wie er rasch in den katerkost geht aber ich glaube es nicht dran sehr interessant ich bin gespannt was er sagt ich bin auch gespannt aber er hatte ja bestimmt einen Plan hätte so auf ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht kann er zurückziehen und schaden rein kann er zurückziehen und schaden rein ich bin auch nicht ich bin auch nicht ich bin auch nicht ich bin auch nicht wenn eine sechs dabei ist da hat er es nicht geschafft ach tote braver ach tote braver ach tote braver gut hat er battle tag aber gerade so leute ja ja ohne ne er ist zufrieden aber ich wäre nicht zufrieden wirst du zufrieden ich werde nicht zufrieden er hat sich aber ich habe sich selbst wenn wir brauchst du brauchst ich nicht ärgern eine zu er hat auch vergessen in der links vergeben hat der katagost auch ein gut gehabt weil die charts sind hätte zwei einheiten bonen reapers muss eine verwundung geben können er hat 86 da war der katagost macht das auch die 222 aber nicht so viele ja aber es ist egal 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 macht fahnen saft nein er hat zu hoffentlich denkt er dran ne war das rot der inwürfel? ich weiß es nicht, sorry denkt er an die 6er das ist schon gut das ist schon gut das ist schon gut 7-1 3-2 das ist schon gut 1-2 4-1 3-1 4-1 4-1 5-1 4-1 5-1 5-1 5-1 5-2 5-1 Hat er so reingepallt, dass der anderen in Nahkampf ist? Dann muss ich dir Stefan sagen, Respekt, wenn er hält. Ja, er hat so reingepallt, ich weiß nicht, wie das geht, aber er hat reingepallt, dass er auf einmal in Nahkampf ist. Und dann kriegt er ein 3-Zoll-Richter-Attacken. Gut gemacht. Stefan? War ein guter Move. Weil dann hat er volles Profil. Hat er gerade. Ja, hat er gut gemacht. Guter Move. Guter Move. Aber jetzt ist André wieder frei. Das ist ja unfassbar. Jetzt hat er sich wieder nicht getankt. Aber kein Vierer Berliner. Nee, aber... Ist doch scheißegal, letztes Jahr wieder frei. Aber guck mal, wie schade er gemacht hat. Schaut er aus. Einerseits war es gut, andererseits war es schlecht. Ja, das stimmt, Karatou. Aber wir haben ja keinen Einfluss auf das Spiel. Die hören uns ja nicht. Ich spiel einfach ihr Spiel und wir kommentieren das Spiel. Oh mein Gott, das war's für die. Und ciao. Oh nein. Wieder Pech. Und das Objektiv ist auch noch weg. Ach du lieber Himmel. Das ist ein Hin und Her. Das ist ein Hin und Her. Ich kann nicht mehr. Er sagt es auch gerade, denke ich am Arsch. Das ist gar nicht. Aber Stefan hat echt Glück gefissen, auf Deutsch gerade gesagt. Ähm... Eins, zwei... Bist bei 5. Pierre. Was? Du bist bei 5. Oh mein Gott. Roll-Off Runde 5. Ist das ein spannendes Spiel. Jetzt schafft er seine Battle-Tag nicht mehr und Stefan wird seine schaffen. Was sind Stefans? Battle... Äh, Quencheri. Jetzt wird Stefan seine schaffen, 100%. Und André wird sie nicht mehr schaffen. Ja. Doppel. Das Problem ist, welche Battle-Tag sie nimmt. Weiß ich es nicht. Alle in 8. Hat André gewonnen? André gewonnen. Alle in 8. Ja. Und heute nur noch eine 5er-Runde. Und eine 5er-Runde. Ja. Also wacht mal, wir schätzen mal hoch. 5er-Runde, 23. Ich glaube nicht, dass Stefan noch eine machen wird. Ich sage mir, wir machen mehr, wenn 19... Stefan holt auch eine 5er. Hä? Stefan holt auch eine 5er. Warum? Welche Battle-Tag. Das ist das 1. Ich weiß nicht. Ja, dann... Magical Mayhem. Ja, überhaupt nicht. Ich denke daran, ich weiß es nicht. Dann hätte er 19. Quencher-Tag. 22, 23 für André. Wenn die Battle-Technik nicht da ist. Wenn er die Battle-Technik schafft, er gewinnt. Stefan mit ein. Ich glaube, er macht nicht, weil er zu nervös ist. Ich hoffe, er denkt dran. Das ist eigentlich alles egal. Es geht nur... Was haben wir im Spiel? Er hat aber auch nicht angesagt, Locust Zauberm 2. Hat er nicht angesagt? Wollen wir mal fragen, ob den das stört hier? Das mit den ganzen... Dann sag ihm mal, hier soll ich mal kurz ein bisschen weggehen. Egal. Küche! Wer nicht? Egal, was denn? Aber anscheinlich, dann würde ich noch nichts zu sagen. Hä? Anscheinlich. Also, wir haben vorgerechnet, wenn... 23, 19 steht nach der Runde. Und wenn... Wir fahren, die Battle-Technik schafft. Ach ja, der Defused-Really. Guck mal. Was? Magic Mayhem ist nicht mehr so einfach. Was? Geht nicht mehr. Magic Mayhem kann er nicht mehr machen. Ja, Magic Mayhem. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht hat er doch Glück. Aber wie gesagt, Stefan hätte das alles in der vierten Runde. Wenn er mit Kakaroros die Reapers, dann ist es safe. Wäre schon vorbei gewesen. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Weil er wird nicht seine Battle-Taktik schaffen. Ja. Dass dieser eine wegen der Rallye auch, dass er nicht gegangen ist, dass er das auch spielentscheiden war vielleicht. Welcher? Dass durch Rallye, äh, durch Battle-Shock der André die Eins geüberführt hat. Das war auch wieder ein Game-Breaker. Die Eins. Also wie ich, wir schätzen, dass André mit einem Punkt gewinnt. Wenn er keine Battle-Taktik hat, ich weiß. Kometen. Dann geht's ja aus, wenn er tot ist. Ne. 4 Mortals, das reicht aber nicht. Ne, 4, 6er, dann bleibt er. Seit zwei Leben nur noch. Aber kann ja danach heilen, Kakaroros heilt. Ich weiß nicht, der kommt ja gar nicht ins dran. Wenn er retweetet und wuffelt mit ihm eine 6, ne? Ist er nicht mehr in Neu- Wann ist er nicht? Kann er mehr. Also was hier los ist gerade. Ne, was macht er, wenn er den Charge vom Platthund nicht schafft? Ne, muss doch nur in 8 sein. Ne? Ne, muss doch nur in 8 sein. Ne? Ne, kommt gar nicht ins Ziel. Ne, muss alles in 8 sein. Ne, außer die Furies. Ne. Aber die können eh 8 Zoll genatschen, glaube ich immer. Ne, aber hier ist der Bläu, Gott so ein bisschen. Ach ne, er hat einen Move. Ne, warte mal. Wie ist man, kann er nicht? Eingeschwert, gut. Ja. Weil er kann nicht ans Gelände weg. Ja, ja, kriegen die. Hast recht, Martin. Aber das ist nicht entscheidend. Wie gesagt, das Spiel war eine Runde vorhin entschieden. Oh Gott. Brauch auch nicht. Ja. Na, aber stopp. Kommt Katakos auf die 5 mit 3 Zoll Pfeilen. Das ist die Frage. Kommt Katakos auf die 5. Nicht so lang, nicht so lang. Kommt Katakos auf die 5 mit Pfeilen. Aber dann verliert er ja die 1. Nein, der tötet ihn. Nein, der tötet ihn. Stimmt nicht. Der tötet ihn. Ey, das ist der absolute Hammer. Aber du hast vollkommen recht, Patty. Kommt Katakos auf die 5? Wenn er da denkt. Ey, wenn Stefan da dran denken wird, ich kann ja nicht mehr. Und weil er tötet den Held. Sicher. Runde 5 ist das, ne? Ja. Ich glaube, er kommt drauf. Kann nicht mehr. Dann hat er nur 4 Punkte. Und dann wird es ohne G. Ja, dann wird es ohne G. Wenn er keine Battle-Tanker schafft. Oh, da hat er auch nicht gerechnet. Aber er kann Antrieb feilen. Nein. Nein. In die Richtung hätte er gehen müssen. Oh mein Gott, Leute, was macht ihr? Aber jetzt reicht es glaube ich nicht mehr, Patty. Jetzt ist es zu viel wie 3. Oh, Stefan, du hast es weggeschmissen. Ja, er hätte andersrum machen sollen. Scheiß auf den Held. Ja, ich halte nicht mal. Ja, das ist unerfahren halt. Na ja, war drinne, Stefan, war drinne. Stefan, du hast den Sieg weggeschmissen. Ja. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Das waren zu viele kleine Flüchtigkeitsfehler, die dich am Ende... Vorne, also auf dem wie wo, vorne, dann die Fischen, ist das zu viel. 23, oder? Magical Mayhem, ja. Aber er macht wieder Autofahren. Autofahren, beiden, dann ist es feier. Ja, ja, Autofahren, wir würfeln die 6. Also wird er 19, 22, 22, 22, 23. Wenn, ja. Er muss mit dem Kataross noch hochlaufen. Ne. Wenn er den nicht, wenn der nicht heilt macht, dann schafft er kein Kompeten. Er ist 5 Punkte, ne? Ja, ich weiß nicht. Aber er macht eh ein Autofahren. Er muss ja Kataross heilen. Jetzt hat er gemerkt, dass Lokos... Also ich dachte hier, ganz ehrlich, wenn André gegen erfahrenen OBR-Spieler... Diese Option hätte André verloren. André auch heilen. Den André auch heilen, den kleinen Held. Ist kaputt. Aber er hat, glaube ich, kein Komet, ne? Hm? Ist egal. Ist doch scheißegal. Man macht es trotzdem. Um sich sicher zu sein. Sicher. Kein Risiko. Wenn die Fähigkeit 3 zu heilen, dann nehme ich sie auf. Stell dir mal vor, der hätte jetzt noch einen Komet gehabt. Hey. Dann tötet er noch den Typen. Jetzt hat er. Ja. Ja. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Ja. Kann er Glück gehabt. Kann er Glück gehabt. Aber er kann trotzdem noch sterben. Aber er kann auch noch Autobeind machen. Das ist aber nicht Startoff. Das kannst du in der hellen Pfad immer machen. Oh, das ist gut, ja. Da macht doch eh ein Auto an. Da kann man sich überlegen, was er will. Ja, aber wenn er ein Doppeldeck hat, kann er kein Autobeind machen. Oh, das stimmt. Das hat er fast verlauber vergessen. Hat er auch wieder Tagback. Hat er fast verlauber vergessen. Das verstehe ich auch nicht. Ja. 23 Punkte. Stefan kriegt drei Punkte. 19. Grand Strategy 22. Ja. Doch! Ein Punkt. Geiles Spiel! Es ist unfassbar. Oh mein Gott. Jungs, das Spiel ist der Ende 23. Wieder ein super spannendes. Magical Mayhem hat er genommen, hat es nicht geschafft. Ähm... Hey, warum? Ja, aber er hat nur 9 Punkte gehabt. Ja, ihr müsst schon gucken, unseres könnt ihr nicht fangen. Ja. Das haben wir gemacht. Der hatte 16. Aber hier eine 19. Ja, die sind keine Mühe. Wir haben früher was überleicht. Also... Ja. 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 5 Minuten gibt es das Interview. 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 ich habe jetzt noch geopfert ich habe auch nach der zweiten runde habe ich war dann so optimistisch und dachte jetzt habe ich in der tasche und der leech coverloss töte auf einmal den bloodthruster die 1 mit dem fluss war halt supergold wert da auch das war ich glaube auch dass das matchwinner war wirklich geiles spiel ich glaube es war echt wieder eines der besten spiele oder fast das beste spiel würde ich sagen weil es war auch super anstrengend super krass dagegen vorziehen weil du dachtest so und das ist voll im sack jetzt läuft alles gut richtig war auch so haben wir auch gesehen komplett kippen geswingen hat runde 1 die impact vergessen haben ja nie weg gewesen die fuse hat er vergessen bis jetzt 4 0 ne ja alter sehr stark sehr sehr stark knappe siege mit jeweils einen punkt die letzten spiele aber morgen geht es weiter ja das braucht der andere das war auch der andere aber vier sieg im sack haben das ist schon geil vielen dank und gute erholung guten hunger ja danke was für eine betteltechnik du genommen hast oder er ein bisschen gutes spiel wirklich war sehr spannend hast du sehr stringig gespielt kannst du einfach mal kurz aufsetzen dann hört man dich auch am besser ich habe ein bisschen was aufgeschrieben willst du wissen das sind ein paar fehler auch was du vergessen hast ok erste frage nur an mich war unter 1 äh mortegard der elfer charge meinst du der war du hast glaube ich mehr verloren wie wie du richtig gemacht hast ja die hoffnung war das ich meine mortegard also was war die idee dahinter dass du das machen wolltest die idee ist also die sind schon tanky ja und ich dachte na gut wenn ich die dann da drin stehen hab dann decken die aber man sieht es ja auch nicht ja das war hier mehr oder minder diese ganze flanken ab und dann wenn ich wieder dran bin kann ich auch wieder drei mortegs holen und dann sehen wir halt einfach und binden die da screenen den weg dass ich hier nicht rein kann aber es waren ja sehr viele im nahkampf ne die blood warriors dann war glaube ich ja ich hätte vielleicht klüger chargen können ich habe ein bisschen unterschätzt die damage die die machen wenn ich sie schlage weniger angegriffen hätten sie auch überlebt ja aber ja das war ein fehler alles gut dann war ein kleiner fehler mit pile in und zwar runde 1 standen die 5 furies hier ja und die deathrider standen hier du bist volle 6 zoll da reingepeilt der eine hätte stehen bleiben müssen weil die furies waren hier näher die waren näher dran ja du hättest mit denen ein paar peilen können aber der hätte stehen bleiben müssen ok nur nur für den ja da auch kann man und jetzt kommt das wichtigste du hast in runde 2 einmal die deathrider impact hits vergessen auf die furies dann wären sie nämlich tot gewesen und da wäre die ganze spielerei nicht gewesen du hast sie einmal vergessen ok ja grandios äh dann fragt man sich ja genau war das so ein bisschen aufregung vom streamen? war das irgendwie eine aufregung vom streamen? hat dich das ein bisschen gestört oder war das so auf dem streamen oder was? ich war dann aufgeregt ist man schon ja alles gut aber ich sag mal das ist jetzt viertes spiel ins gesamt, drittes spiel heute da ist die konzentration ja alles gut so oder so nicht mehr auf der Höhe dann hattest du ja einen fehlermach du hast ja den blattförster reingepeilt der war ja hier in 3 zoll ja weißt du das noch? hast aber den fehler sofort gekannt du hättest ja rauspeilen können dann wäre wieder der water hättest du wieder den water gehabt das hast du aber gemerkt 5 minuten später ja ok ja du hättest hier stand ja dieser held hier war der archai dann hättest du wieder so rumpeilen so rumpeilen können dann wärst du wieder außerhalb vom 4 gewesen ganz easy du hast glaube ich auch 5 minuten später hast du es auch gesagt ja ja naja ich war mir dann nicht mehr sicher ob ich gegangen wäre aber ja klar dann hätten die ein water gehabt ja also ich meine die ganze geschichte dass ich mehr oder minder in Runde 2 da volle Hütte rein bin war ja so nach dem motto ich hab gedacht komm ja du hast schon gedacht eigentlich es war verloren oder? es geht den Bach runter ich hau da jetzt mal volle Kanne rein ja hatte ich mir auch gedacht wenn ich drei Würfel hau ich sonst um ja und dann hab ich ein paar freche Würfel ausgepackt genau und dann war Skarbrand weg und so weiter das war richtig geil das war ja das Highlight das war ja das Highlight des Spiels Runde 3 ja du weißt ja noch der Fury stand ja hier der eine ja der eine Fury stand hier ja 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 pass und du hast beim ersten Move von den Skyreapers den Morte Guard redeploy gemacht ja hättest du ein bisschen gewartet weil er hatte ja Invaders und ist ja mit dem Blood Master war das ja glaube ich oder irgendein Held hier hingegangen hättest du mit Katakos redeploy gemacht 3 Zoll hättest du erst ja 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 klar dann hättest du das Missionsziel Runde 4 von der eine Fury einfach mit Katakos mit dem Redeploy weggenommen das weiß ich mir war halt wichtiger an der Stelle den Redeploy auf die Mortex zu kriegen dass er halt da nicht reinschaut weil mein General stand ja ne hätte er nicht ne 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 ja die waren weit genug weg du hast beim ersten Move gleich die standen hier und hast dich dann einfach so bewegt nach da aber du hättest einfach mit dem Redeploy weil er musste ja raus aus Invaders ja ja hättest du ihn einfach das das Moor wieder weggenommen aber klar ja ja genau ist nur ein Tipp vielleicht äh und jetzt kommt der entscheidende Punkt ja und ich glaube das hat dich der Sieg gekostet Runde 4 Katakos stand hier die 2 Hellen stand hier Katakos beide Hellen töten hast du super gemacht aber binde einfach die die Skyreapers 2,99 Binde sie Spiel ist vorbei weil Flashhounds sind gebunden Skyreapers sind gebunden die hinten machen gar nichts du hast die Feldkontrolle von diesen 3 Zielen und das Spiel ist zu Ende weil er schafft nicht mehr in den 2 Runden dass du scoren das ist richtig also ich glaube das war der größte Fehler das hat dich den Sieg gekostet diese Sache ja und es wäre auch einfach zu machen gewesen weil auch jetzt einfach nur 2,90 dann hätte vielleicht 1 oder 2 Skyreapers drauf geschlagen und die schlagen Katakos nicht tot ja das ist egal der 3er save plus 1 20 Wunden was noch ein Tipp war ist du hattest 6 CPs du hättest mit beiden plus 1 Wound geben können wo er dich angecharged hat wie würde? ah ja plus 1 Wound Mordegard hat ja angecharged mit den Skyreapers und nur für als Tipps weil du hattest 6 CPs ja ja das tut noch noch jetzt kommt noch ein Dreck ah guck mal da kommt noch mehr ah das hat Paddy sofort erkannt du musst alles Katakos genau Katakos steht hier das Ziel ist frei du peilst so hin so tötest den und Katakos nimmt Runde 5 das Ziel ein und dann hat er wieder nicht mehr wieder 2 Punkte weniger weil er hat nichts in 1 er hat nicht in 1 und du mit dem Peil Katakos nimmst du das Ziel ein ja hattest du er wärst du ganz knapp an der Kante gewesen ja er hätte wieder nicht vor du hast erst aktiviert dann hat André Support vielleicht seinen Fehler noch erkannt und er hat rumgepeilt dann konntest du nicht mehr ah ich hatte so viel Gelegenheit mit einem Punkt da raus ja 2 2 Punkte Huxchen Ruhr ja allein hier wenn ich den Charger mit Katakos und die Skyrim was macht und ich glaub ja ja ich glaub halt das waren so viele kleine Flüchtigkeitsfehler was ich glaub am Ende des Dick einfach gekostet hat aber ey super Erfahrung guck's dir nochmal an du hast eine tolle Erinnerung das Spiel kommt auch auf YouTube hoch ich glaub wir haben im Stream auch was geboten auf jeden Fall das hast du gemacht auf jeden Fall sehr sehr gut vielen lieben Dank danke euch erhol dich jetzt gut stärk dich gut und dann geht's morgen weiter ne vielen Dank danke ich spart euch noch ja danke ich hoffe du konntest ein bisschen was mitnehmen was ich hier gesagt hab ja auch mal das sind die Kleinigkeiten das sind Kleinigkeiten bei dem Spiel ne aber auf so einen Top-Record ist das halt das stimmt alles gut das kriegst du hin jo bitte ja Männer ja wir können den BCP noch mal ein bisschen gucken ja Leute der zweite Tag Rock'n'Rumble ist schon mal rum wir gucken jetzt noch mal ein bisschen in den BCP wenn ihr kurz noch mal dranbleiben wollt wir gucken noch mal rein wie es nach der vierten Runde steht nach der vierten Runde steht ja ob es Überraschungen gibt ob es die Überraschung gibt gibt es da kannst du da nicht IDK hat gewonnen 13-7 meine Herren gegen Fact den will ich sehen morgen auf dem Stream ja er hat doch noch gewonnen krass Dario 17-3 im Mirror Game sehr souverän Timo Wiebe mit Nightown auch eine sehr sehr gute Liste 16-4 gegen Basti Gerstner gewonnen gegen OBA der King King Colin hat auch 17-3 gewonnen gegen Clemens Marius hat 14-6 gewonnen und ist auch auf 4-0 nach dem zweiten Tag meine Herren Hansi Stuhler gewinnt 12-8 da kriegt der gleichfalls noch was zu hören von dir ja ich voll lüge und sicher ja André muss sein Spiel noch eintragen Daniel Pommer hat auch 14-6 gewonnen Robert Berg 15 irgendwas Marvin hat gegen Marc Elschner 11-9 gewonnen Timo gegen Ulf Thiele wieder unentschieden Plewin hat auch unentschieden gespielt Samura hat 15-5 gewonnen Daniel Pinkert hat 19-1 gegen Seraphon gewonnen meine Herren Martin hat gewonnen Jan Tomacek hat gewonnen Luca hat auch 19-1 gewonnen Christian hat auch gegen Tobi 15-5 gewonnen Junge 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 Dario steht 4-0 ja Jockel hat gewonnen Jockel hat gewonnen Jockel hat gewonnen Jockel hat bestimmte Play Nein, das können wir nicht machen Nein, das geht nicht Dann sehen wir morgen wieder Die Caching wieder hoffentlich Ich will das sehen Das ist sehr, sehr stark Morgen gibt's nichts Freemming Jungs, ich hoffe, es hat euch gefallen, der zweite Tag, drei Spiele live, alle drei super, super knapp, ich hätte nicht gedacht, dass es dieses Spiel nochmal so swingy wird, es macht auch mega viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas zu kommentieren, da kommen auch richtige Emotionen, ich probiere sogar noch den Leuten ein bisschen was beizubringen, dass sie besser werden. Ja, ich hoffe, sie nehmen das an, ich kann auch, wir wollen ja nur helfen, dass die Leute besser werden, ich kann auch ein bisschen die Leute beobachten, die auch sich für Team Germany beworben haben, wir haben ja bis jetzt immer Team Germany eigentlich Kandidaten, kann ich noch ein bisschen beobachten und sie noch verbessern, ich hoffe, sie nehmen das auch mit. Was können wir noch sagen, zweiter Tag ist rum, morgen kommt der dritte Tag, morgen geht es um die Nuss, möchte ich mal sagen, geht es richtig rund. Wir werden auch nochmal den Streaming, das können wir eigentlich jetzt noch machen, Manu, weil es eh alle essen gehen, können wir auch den Streaming-Team umbauen. Ja, wir bauen den Streaming-Tisch noch um auf neues Gelände, neues, ne Map. Und ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Reichlich rein, hoffentlich. Genau. Deshalb sagen wir, hinten wird noch Best Pairing abgestimmt. Ja, Best Pairing wird noch abgestimmt, sehr viele Leute stehen hier. Können wir nochmal kurz gucken hinter. Ja, sieht man nicht. Ja, ich kann das mal einblenden. Warte mal. Wird Best Pairing abgestimmt, sind auch alle heiß drauf. Können wir nochmal zeigen. Hier stehen die Armeen. Und alle, die super malen, sind echt. Interessiert. Wie gesagt, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Und jetzt nochmal ein kleines bisschen Werbung. Macht's gut. Manu? Ja, ich glaube, haut rein. Ciao. Ich glaube, haut rein. Ich glaube, ist. Das sind alles geile Spiele.